hallo was geht wie geht es warum geht es und wohin weiß man auch nicht so wir sind zurück in assassin's creed odysee ich werde jetzt ein paar nehmen das ist die zeit meiner prüfung gekommen ich präsentiere euch daher kassandra sollte ich mich geehrt fühlen oder besorgt sein nur zur sicherheit solltest du wohl beides sein genug mit geheimnissen ich will die wahrheit artemis schickt für jede generation ihre boten in die wildnis was soll das bedeuten besiege mich in einem kampf auf leben und tod und werde zur anführerin der töchter der artemis lehne ab und du wirst zu einem niemand für uns wie zuvor anführerin ja töte mich und die töchter der artemis werden deine verbündeten sein die götter brachten uns für diesen moment zusammen wofür du dich auch entscheidest es gibt kein zurück also ich 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 Amen. Ah, nee, 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 nee. Ah, jetzt habe ich natürlich hier gar nicht... was ist los hier? Wer bin ich, den Willen der Götter? Naja, wenn die das wollen. Artemis, mein Schicksal liegt in deiner Hand. Kavne, mein Herz mag dir gehören. Doch ich bin Artemis verpflichtet. Mhm. Also, den ersten hast du frei gehabt, ne? So, das war's. Nö, also. So. Jetzt tot? Oh. Naja. Ja. Ich werde sie führen. Ich bin froh, sie in deinen Händen. Ähm, also. Naja, mehr oder weniger. Schön. Aber, ey. So, wir gucken jetzt. Wir haben hier Dinge wieder zu tun. Alter, hier ist wieder allerhand am Stissel. Wir müssen mal gucken. Ähm. Boah, ich mach erstmal den Rotz hier. Also, ganz ehrlich. Wie schnell. Ist ja furchtbar. Ist ja furchtbar. Ist ja mit den. Mit den Schlachtfeldern. Wir machen jetzt erstmal die beiden Schlachtfelder und dann gehe ich mal da an, wo die ganzen Nebenmissionen sind. Dann machen wir die Nebenmissionen. ganz gut. Sehr schlimm. Habe ich das markiert? Ja. Ja. So. Das wollte ich nicht. Spartanische Herrschaft und entdeckte Anführer angreifbar, aber wir wollen natürlich verteidigen. Deswegen wollen wir das jetzt auch. Ich weiß nicht, was das im Endeffekt für ein Outcome bringt, aber das ist ja auch egal. Mal. Nö? Lade ich eigentlich noch hoch? Nö. Kann gut sein. Nö. Lade ich auch nicht mehr hoch. Oder ich habe schon hochgeladen. Das kann auch sein. Wenn uns die Adlerfrau ab... Ich kämpfe. Die Adlerfrau. Schick die Athena in den Hades. So. Ich bin aber auch dran. Ich brauche ich auch immer nur nach den Anführern suchen, aber mir werden die auch nicht mal angezeigt, ne? Auch ein bisschen ärgerlich. Ja. 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 Da muss man auch ein bisschen warten. Da ist einer. Weil es nicht der, den ich gerade sagen habe. Ja. 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 Dann machen wir den schnell weg. Ein bisschen laut, ne? und das gefühl es ist noch einer alle weg da schlitz 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 und da fährt er einfach blöd der nächste anführer ist direkt wie sogar hier der erst mal ein tritt in den rücken weil ich denke das muss mal eingeregt werden sieht mir auf jeden fall danach aus dass das gut für ihn wäre so ihr seid auf jeden fall die besten spartaner die es gibt hier steht einfach nur am rand rum gucke gerade ob ich den auf dem anführer sehe da kommt jetzt einer angerannt aber ich weiß dass der von musik nix immer weg ich muss mal weiter im schlachtfeld nein da ist nur einer da gehen wir mal hin weil letztlich ist dass er das was interessant ist aber der hält das aus nehmen wir immer sein schild schön kick schön tot der nächste ist dahin aber mal gucken wenn ich von hinten angreifen dann kann er sich erst mal gar nicht werden es ist gedacht also so schnell stirbt aber anscheinend ist also schnell gestorben ich werde parallel auch ein bisschen anfangen wie quasi mein eigenes new game plus für war anna vorzubereiten ist mehr arbeit als ich gerne wollen würde aber gut macht man halt auch nichts du auch noch tschüss aber dann wollte ich nur einen schönen arsch treten naja so schlacht beendet habe gewonnen okay das ist ja ganz nett dankeschön und jetzt wollen wir mal schauen ich bin gerade überlegen ich weiß nicht mehr wie ich die infos von denen bekomme aber ich glaube durch dinge so sagen wir es einfach mal so durch dinge vielleicht sind es die ostragon rätsel äh estra aus naja die estrich rätsel nennen wir sie so und ich muss mich da glaube ich noch mal informieren wie man die bekommen und ich bin am überlegen ob ich mir die aufspare und dann alle hintereinander mache weil im grunde sind ja nur die töten ist ja jetzt nichts schweres so prinzipiell generell pipapo ja aber da weiß ich das halt nicht genau kriege ich das ausgehen aus den festungen unter anderem auch das kann gut sein oder von vielleicht von den söldnern da müsste ich mich natürlich auf söldner suche begeben und versuchen die zu töten aber ich weiß nicht ob ich das von ihnen überhaupt komme keine ahnung muss man mal gucken weil wir das absolut spitzen klasse und wenn man dann genug enthüllen kann dann läuft der lachs aber richtig hart so und ein drittes mal für megas kämpfen also megas ist irgendwie sehr labil die provinz megas ist ist sehr sehr labil haben wir hier irgendwo ein anführer boy da ist ein anführer boy der anführer boy den machen wir mal weg hier das war wegen den gegen gegen kick hat ja noch alle schilder außer die spartaner die haben keine schlimmer die denken sich schildes schildes warum ist der anführer auf einmal sektiger also der komische heimt weg war jetzt reicht es mir habe ich erst mal den an weil die anderen sterben sowieso so allein durch die pure anwesenheit von kassandra fallen die um der sieg ist fast unser ist jetzt vielleicht ein bisschen optimistisch aber ok am meisten bringt es die zu töten muss man halt einfach mal so sagen ich finde ich drücke auch immer nur eine taste zum blocken so ich brauche noch ein bisschen genau meine bars füllen das bisschen hätte man auch noch zu können ja wie gesagt bin weil ein bisschen dabei meine ein eigenes gegen das zu machen dafür muss ich aber den anfang komplett spielen oder mehr oder weniger komplett nicht wirklich komplett ich lasse einfach auch ganz viel aus halt zumindest bis ich im engen lala land bin und da habe ich dann einen neuen safety nicht mehr anleger den schnellreisepunkten mit dingen und so also mit den fähigkeiten eventuell auch editor dass ich mir die ausrüstung schon mal zuschiebe weil ich nicht alles von anfang spielen muss du bleibst hier ich will ich noch vielleicht auch mal gut oder auch nicht 79.000 haben wir getötet haben wir doch mal wieder was für spar da getan super so ich das von banditen anführer das sind banditen camps ich mache das ganz kurz ich will wissen ob man das von hier bekommt ich möchte alle weg weil mich interessiert das tatsächlich ob ich von hier diese infos kriege wer die sind aber was haben die damit zu tun das ist ja auch so eine frage für sich und die tafel finden und den schatz plündern ich muss sowieso alle töten weil hier sind irgendwie so viele leute ich weiß ja gar nicht wer wer ist wo ich drücke auch mal hier die krassesten tasten lassen wir mal los jetzt das war sogar der anführer habe ich keine infos bekommen ich weiß nicht wo ich bin ganz ehrlich keine ahnung der da hinten geht mir ein bisschen auf den keks jetzt kommen hier der kann auch nur mit pfeil und bogen dann was kann er nicht einfach weg hier braucht ich nicht sogar ich weiß es nicht mehr die von hier ist ja keine ahnung absolut kein plan dann machen wir so ein paar nebenmissionen würde ich sagen schau mal was da schaut die hebe ich mir noch auf ich weiß noch nicht genau für was aber dafür halt ich muss mir echt angucken wie ich die infos kriege über die kotisten boys weil das weiß ich noch nicht die kriegt man einfach von gegnern theoretisch so ein bisschen random immer schon irgendwie hin weil irgendwie jetzt ich war in dem place wo ich gerne alle töten einfach gucken was passiert ob es da auch irgendwie noch mal ein secret ende gibt wie bei walhalla weil da habe ich das ja gemacht überraschend was aber erst mal gucken wir was hier die quest sagen ach wölfe jetzt geben wir nicht auf den krieg auch immer ja 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 Hallo, danke. Im Epi-Pen hat er immer mit dabei. Hey, na, wie geht's? Mehr oder weniger dir. Ein bisschen weit. Long hair. Same. Ich hätte niemand geschickt. Hat einfach hier zufällig vorbeigekommen. Fertig. Ja, und nein. Ich arbeite mich auch durch Dreck. Oh, cool. Der explodiert einfach. Alles klar. Ja, ein bisschen was verpasst. Ist ja alles nicht so wichtig, aber... ...einige Spiele hinter mich gebracht. Ich schätze, ich schätze, ich schätze, das war alles falsch. Ihr gebildeten Geister und eure Rätsel. Einige Menschen kümmert die Vergangenheit nicht. Sie wollen nur stehlen und schnelle Drachmen verdienen. Stell dir das vor. Schwer zu glauben. Meine Kollegen sind nichts weniger als... So eine Quest, was ist das für eine Quest, Amon? Du erwähntest kostbare Juwelen. Weiß ich noch. Ich fand diese nur dank gründlicher Suche und umdachten Überlegungen. Erzähl mir mehr darüber. Die Mykener hielten besondere Rituale ab. Einige Legenden erzählen sogar von... Stufenprobleme. Was jetzt? Er hier? Was willst du? Befehlshaber, wie kann ich Sparta heute dienen? Du, Söldling, du hast den Kampf Omegaris für uns Spartaner gewonnen. Richtig. Eure Streitmacht rief nach einer Heldin und ich habe geantwortet. Dank dir sind die Anstrengungen Athens hier fast zum Stillstand gekommen. Ah. So dass mein Regiment endlich zuschlagen kann. Ich glaub, die kommen aber wieder, ne? Ein gewisser Athena-Befehlshaber ist alles, was uns noch im Weg steht. Ich soll mich um den Athena-Befehlshaber kümmern? Ich kann es nicht schönreden. Nicht genug im Augenblatt, was soll ich machen? Ich kümmere mich darum. Sehr gut. Sparta dankt dir. Überlass das mir. So. Du Vorspieler. Eine gute Kriegerin braucht weder die Hilfe der Götter noch eines anderen. Für wahr, das stimmt. Doch bedenke nur, was wir finden können. Und du glaubst, dort gäbe es etwas mit dieser Macht? Aber demnächst mal, glaub ich, kommt es wieder rein. Ja, das hast du. Okay, warum bringt er mich jetzt in eine Höhle? Der ist irgendwie sehr suspekt, ne? Komm gleich. Ich frage mich, ob der Kult auch hier seine Leute hat. Bestimmt. Da ist ein Schatz. Da ist ein Schatz. Und da ist ein Schatz. Hm. Okay. Achso. Da läuft er. Ich hab die Klage heute noch zählig gemacht. Irgendwann ist es in der Zeit. Oh. Ist gleich die Klage. Oh, 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 oh. Doch ein bisschen mehr. Als nur ein bisschen. Was soll das? Bleib zurück. Sie scheinen von diesem Ort angezogen zu werden. Und wenn es nicht anders geht, ist es scheiße. Aber was sollst du machen? Könnte es etwas mit diesen, wie hießen sie noch, zu tun haben? Den Mykena? Woher sollten sie die kennen? Es muss mit Trophonius zu tun haben. Ich werde sie beobachten und sehen, was ich herausfinden kann. Gut. Ich sehe mich im Inneren um. Warte. Nimm dieses Stählenstück. Sieh nach, ob es da drin ähnliche Zeichen gibt. Okay. Ich glaub eher wegen Unlust von denen. Das ist irgendwie immer komisch. Die Frage ist jetzt, wie komme ich denn weiter da rein? Ich soll jetzt raus? Nee. Nee. Kunde in die Höhle. Ach so, weil da hinten ist nur noch. Ins Loch rein. Ja gut, ich glaub die Esel haben sie auch einfach verdient. Wir haben ein schweres Leben. Manche Unternehmen sind komisch. Ich hatte das ja mit dem Stromanbieter. Eigentlich alles mehr oder weniger geklärt, aber die haben irgendwann gesagt, ne. Wir kündigen jetzt den Vertrag einfach. Also schon eine Weile her, aber. Das war unerwartet. Ja. Ist ja auch dunkel hier. Können wir hier hoch? Nee. Wir gucken uns weiter in dieser wunderschönen Höhle um. Ich brenne natürlich. Ich brenne. Ich bin Feuer und Flamme für diese Sache. Ja, ist ja mal traurig. Da ist was am Weg. Geht nicht. Na gut, dann muss ich von woanders dahin. Kriegen wir auch hin. Ja, und deshalb, wo man auf sowas gar keinen Bock hat. Okay. Wie komm ich da hin? Muss ja hier rüber sein. Guck mal hier. Feuer. Da geht's auch noch lang. Hm. Hier ist auch noch was. Nehme ich auch einfach mit. Ach so, oh, das ist abgeschlossen. Okay. Das ist merkwürdig. Aber gut. So, jetzt sind wir hier oben. Wunderschön. Ich geh hier runter. So. Eine Flasche. Äh, jaja, der hat sich dann irgendwann erledigt. Die hatten irgendwann ein Patch rausgehauen und ich konnte dann tatsächlich das versperrte Gebiet zieren. Waren dann noch, ich glaube, eine Stunde oder so, Spielzeit. Dann war das Spiel auch vorbei. Oder anderthalb irgendwie so. Ah, ich hätte das weiter zur Seite schieben müssen. Wäre ich das auch von hier schieben? Ja. So, damit ich hier wieder rauskomme. Aber alles habe ich noch nicht. Hier ist noch was. Stimmt. Jetzt, was mich alles interessiert. Nicht das. Ja, ja. Habe ich mich noch durch ein Spiel komplett französisch gequält, wo ich kein einziges Wort verstanden habe. Dann ist mir hier angekommen. Wir sind am richtigen Ort. Leider wurde er bereits geplündert. Ich fand nur noch diese Rüstung. Das ist höchst interessant. Die Mykener sind ein Kriegervolk gewesen, weißt du? Es muss sich also um ein Kriegergrab handeln. Nun, es ist ein schönes Stück. Doch wo ist der Rest? Hm. Dies war nur ein Teil der Stähle. Wenn wir die anderen finden, kann ich den Text entziffern. So finden wir vielleicht auch den Rest der Rüstung. Doch die Stählenstücke könnten überall sein. Wenn ich Hinweise auf ihren Fundort fände, würdest du dann nach den anderen Stählenstücken suchen? Na klar. Ich werde sie suchen. Ausgezeichnet. Warum nicht? Nun lass mich die Zeichen sehen. Gehen wir hinein. Warum ist denn hier einfach gleich mitgekommen? Ich dachte nicht, dass das Stählenstück ein Schlüssel wäre. Überraschend. Was wohl passiert, wenn alle an ihrem Fleck sind? Selbst mit nur einem Stählenstück kann ich damit beginnen, den Text zu entziffern. Was steht da? Also, da steht... Von den Göttern. Wirklich? Nicht schlecht für jemanden, der gerade noch um Hilfe schrie. Und nun siehlen... Da steht so viel. Du wirst allerdings alle Stücke... Und das heißt nur von den Göttern. Laut dem Text scheint es... Danke, dass du da warst. Und dann ruhe dich noch ein bisschen aus. Und man liest, schreibt sich. Denke ich. Gleich. Müsste ich auch. Ein bisschen schlafen. Aber auf Stummschalten ist immer schwierig. Welche Verbindung besteht zwischen dem Grab und den Jüngern? Die Schrift sagt, von den Göttern. Es ist nicht klar, welche Götter gemeint sind. Sobald mehr entziffert ist, sollten wir die Verbindung verstehen. Die Rüstung muss einem Krieger gehört haben. Doch warum sie ablegen und dann über die Lande verteilen? Gute Frage. Es lässt sich was mit dem Text zu tun haben. Nicht dumm. Gehören diese Zeichen also zu einer alten Sprache? Mykänisch. Es gibt sogar noch viel ältere Sprachen, die verloren gingen. Als diese hier ausstarb, sind wir in ein dunkles Zeitalter gefallen. Hm. Es wird Zeit zu gehen. Hm. Ihr Lieben sauf, ja, mein Junge. Ja, zwar wie ich das schon höre. Eine alte Sprache. Also, wir haben jetzt hier natürlich ganz viel, was wir machen können. Jetzt ist erst mal die andere Frage. Hier könnte ich noch eine Schlacht, Schlacht, Schlacht machen. Die Frage, die sich mir gerade stellt. Wer bist du denn da hinten? Nee, du bist mir zu schwer. Mit 72 möchte ich noch nichts zu tun haben. Ich könnte, ein Heiler wird geheilt. Da könnte ich hin. Ich habe auch die. Ich kann ja auch erst mal eigentlich annehmen, oder? Ja, 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 ja. Ja. Ich nehme erst mal ein bisschen an und dann arbeite ich die Quest ab. Ich denke, das ist eine gute Idee. Dann habe ich hier drei Quests. Die mache ich dann. Und dann geht es weiter. Wie es regnet. Ist ja eklass. Ist ja wie ein Echt. Da regnet es auch. Ich verstehe es nicht. Warum ist Sparta schon wieder geschwächt? Die kriegen ja alleine auch ja nichts hin. Das ist unglaublich. Und du genießt den Regen. Ist auch mal schön, ne? Ja, 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 ja. Ich denke, das auch. I think it auch. I think it auch. Komm. Guck mal, das Pferdchen. Es geht ein bisschen schneller. Na los, komm. Theoretisch. Er läuft jetzt zur Kahnmarkierung, ne? Aber er läuft komisch. Ich möchte gerne hier lang. Danke. Wegfindung ist nicht die klügste hier. Wie immer. So. Dann gucken wir mal, was mit ihm abgeht. Mit dem Healer, der gehealt wird. Ne. Sie angehört wie ein Biber. Du musst ein Heiler sein. Ja, ich bin Lykaon. Du musst eine Söldnerin sein. Brauchst du eine Behandlung? Kommt drauf an. Muss ich auch für dich brüllen? Lördi unterwegs. Erstmal ist Hoffnung die beste Arznei, die ich meinen Patienten geben kann. Und du brauchst also keine Hilfe? Ich bin gesund wie ein Pferd. Du siehst stark und unerschütterlich aus. Meine Patienten brauchen Alraunenblätter. Ich weiß, dass einige bei einem kleinen Fluss südöstlich von hier wachsen. Du selbst bist zu beschäftigt? Wohl eher zu lecker. Am Fluss treibt sich ein Rudel Wölfe herum. Ich würde dich größer, dass sie bezahlen. Wenn man das von sich selbst behauptet. Aber okay. Na klar. So, ein Heiler wird geheilt. Wir verfolgen die mal, weil die ist ja hier in der Nähe. Dann machen wir das jetzt. Ja. Und dann gucken wir mal. Ich glaube, ich mache das wirklich so. Ich werde mir mal die Quests immer so in dem Gebiet angucken. Ich mache die Nebenquests schon mal. Und irgendwann komme ich ja eh dahin. Und dann habe ich aber die Nebenquests schon gemacht. Dann kann ich nämlich schön die Hauptquests einfach machen. Likaon sagte, die Pflanzen wachsen bei einem kleinen Fluss. Das könnte er sein. Ach, Wölfe. Ruhe. Ihr habt doch gesehen, was ich anstellen kann. Hört einfach auf damit. Oh, er ist ausgewichen. Absolute Frechheit. So, zwar mit einem Streif. Ich nehme mal das Fell mit. Konflikt, Konflikt. So wird der Konflikt gelöst. Nix, Anwalt. Einfach. Auf die Fresse. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo ist der Rest. Das muss ja noch ein paar finden. Da ist ein Beutel. Nehmen wir auch einfach mit. Neun Drachen. Die gönnen wir uns. Können wir uns einen schönen Lutscher kaufen. Und dann. Aber ganz super. So, wo ist es? Hier ist es nicht. Also muss ich wahrscheinlich weiter runter. Der entspringt ja quasi. Hier ist die Quelle. Dann folgen wir der Quelle mal flussabwärts. Ne, flussabwärts, der Bullshit. Ist ja kein Fluss. Ist ja eher ein Bächlein. Hopps. Ich hab sogar eine mehr als der Brot. Ich muss das Programm schließen. Hopps, vergessen. Nicht, dass es hier wieder abstürzt. Ich glaube, es liegt wirklich daran. Lalalalalala, mein Freund. Ich hab deine Wurzeln. Lykaon. Ist irgendwas mit Wolf? Ist der Wolf im Schlafspelz? Der Schaf im Wolfspelz. Hier, ich hab deine Blätter. Danke. Ich bereite sie für die Patienten zu. Könntest du so lange warten? Na klar. Natürlich. Ich hab die Blätter zerstoßen. Dann sind sie leichter einzunehmen. Bringst du sie zu meinen Patienten? Sag ihnen, sie sind von Lykaon. Ich dachte, ich hätte dir mehr Blätter gebracht. Ich brauchte eine doppelte Dosis für meine Großmutter. Ich gebe sie ihr bald. Jetzt gar kein Arzt, ne? Das ist einfach irgend so ein Typ. Natürlich. Ja, ist ja alles nicht so weit weg, aber trotzdem. Warum muss ich denn wiederkommen? Komm du doch einfach zu mir. Ist doch viel besser. Mara, komm mal her. Mach das. Du willst nämlich nur wieder auf die Couch, weil keiner da ist. Kannst vergessen. Lukaon schickt dir diese Arznei. Danke. Ich kümmere mich um die Tiere und Lukaon kümmert sich um mich. Nur schade, dass sich niemand um ihn kümmert. Was meinst du? Seine Eltern starben jung. Seine Großmutter zog ihn auf, weil sie wurde unter einem schlechten Stern geboren. Ach, vergiss das. Er ist ein guter Junge. Da bin ich sicher. Hm. Da steckt aber noch mehr dahinter. Oh, und das ist eigentlich die Stadt-Welfi, oder was? Ja, nicht so schön aus. Ein bisschen Laufen besser als mein Einschlaf. Hat mich gerade mal umentschieden. Ja, dann hoffe ich, dass meine Stimme dich beim Schlafen nicht stört. Ja, warum, wieso und weshalb. Ich denke, wir werden es noch erfahren. Demnächst bald. In ungefähr 40 Metern werden wir wissen, was los ist. Mara? Nee, 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 nee. Hier. Du gehst nicht auf die Couch. Du musst dir jetzt wieder abholen. Inmetaling. Na klar. Ja, irgendwie einfach vor. Ich komme schon hinterher, ne. Das ist gar kein Problem. Witzig, dass die rennen, aber sehr langsam. Was hat Praxitea getan? Ich bin halt deutlich schneller als die. Über Jahre hat sie alle, die sie um Rat fragten, belogen. Deine Großmutter war ein Orakel? Ja, auf dem Hügel in Delphi. Erst kürzlich gestand sie mir, dass sie nie die Götter gehört hat. Sie hat nur wiederholt, was ihr vorgesagt wurde. Eingeflüstert von Menschen mit bösen Absichten. Ganz genau. Wegen dieser Worte wurden Kriege geführt. Sie kann nicht ungestraft bleiben. Ich. Eine falsche Prophezeiung hat meine Familie zerstört. Wo läuft er denn? Warum läuft er zig? Ich nehme ich die Bestrafung selbst in die Hand. Ist ja eine Hase. Jetzt hat er aber ein Tempo drauf. Jetzt muss ich erst mal hinterher kommen. Jetzt ist er aber schnell. Hui. Olympia, er kommt, oder wie? Seht den großen Lykaon, wie er 100 Meter in drei Minuten schafft. Verschwinde von hier, Lykaon. Ich weiß, was du vorhast. Du bringst nur noch mehr Schande über die Familie. Ich will das nicht tun, Agave. Doch bei allem, was recht ist, darf Praxitea nicht weiterleben. Es liegt nicht mehr in unserer Hand. Ein paar komische Männer kamen heute ins Dorf und suchten nach ihr. Ich führte sie her und sie nahmen sie mit. Was ist das für eine Gerechtigkeit? Das kannst du nicht verstehen. Gar keine. Meine gottlose Nerrin. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Wer bist du überhaupt? Ich bin Cassandra. Auch ich litt unter einer falschen Prophezeiung. Vielleicht sogar von eurer Großmutter. Wenn wir sie nicht finden, können wir nichts davon klären. Hilf mir herauszufinden, wohin man sie brachte. Ich suche nach Hinweisen. Was hast du denn von mir erwacht? Haben einen, den nicht wissen, wer das ist. Also das ist doch wohl eine absolute Frechheit. Ich muss erstmal hier Stöcke sammeln. So. Jetzt detektivieren wir wieder ein bisschen rum. Was sind das denn für Armreifen? Was haben die denn alles für dicke Arme? Verrückt. Also Proportionen... Ich wäre aber auch nicht gefragt... Hä? Wo gibt es denn jetzt noch mehr Hinweise? Drinnen? Ne, drinnen kann ja nicht sein. Komm mal. Ja. Auf dem Dach? Ne. Ach, also. Ach, ich kann mit den Leuten auch noch reden. Na super. Ist dir irgendetwas Verdächtiges aufgefallen? Tja. Wenn Banditen auf dem Hof meiner Cousine verdächtig sind, dann ja. Ne. Was haben sie getan? Das ist völlig normal. Was haben sie verjagt? Sie kann nicht zurück. Sie haben sich dort eingenistet. Sind bewaffnet und gefährlich. Interessant. Hm. Wo ist dieser Hof? Nicht weit. Westlich von hier. Doch ich würde mich nicht mit denen anlegen. Danke für die Warme. Ja. Du bist ja nicht ich. Deswegen ist das schon in Ordnung. Ähm. Aber wir haben noch einen Hinweis, den wir finden können. Den haben wir noch nicht gefunden. Ah, hier. Sieht nach einem Auftrag aus. Die Grillschale. Sieht das Paket zum Übergabepunkt und beschädigt es nicht. Hm. Wenn sie Lycaons Großmutter meinen, lebt sie vielleicht noch. Das ist aber ein großes Paket. Praxitea wurde zu einem Bauernhof westlich von hier gebracht. Banditen sollten sie lebendig dort abliefern. Danke, dass du das herausgefunden hast. Ich bin keine Märin, Lycaon. Deine Schwester hat Praxitea in große Gefahr gebracht. Und du hast über das Töten gesprochen. Soll ich ihr Leben beenden? Nein. Das muss ich selbst tun. Ich muss sie töten. Sie ist deine Großmutter. Und du bist kein Mörder. Denk nochmal drüber nach. Aber ich bin verantwortlich. Ich will nicht, dass sie leidet. Deshalb bat ich dich um die Alraune. Sie lindert den Schmerz. Gehst du zuerst zu dem Bauernhof und hältst die Banditen für mich auf? Ich glaube nicht, dass ich es mit ihnen aufnehmen kann. Ich würde sagen, dann geh mal nach Hogwarts. Da kriegst du auch Alraune. Wenn die schreien, ist man aber... Oh, nee, gelähmt. Tod ist man nicht. Doch, man kann natürlich sterben. Muss man die aber komplett rausziehen. Das ist bestimmt wirklich so. Würde ich jetzt von ausgehen einfach. Es muss ja so sein. Man hat es bei Harry Potter gesehen, also stimmt das. Ich werde das, glaube ich, irgendwann mal überprüfen, ob da wirklich irgendein Knubbel dran hängt, der rumschreit. Das kann ja nicht anders sein. Als ob Filme lügen. Muss ich jetzt hier hochklettern, dann kann ich da auch hinlaufen. Ich will nicht klettern. Nicht gut für die Fingernägel. Das muss der Hof sein, auf dem Praxitea festgehalten wird. Da komme ich nicht hoch. Na, dann gucken wir mal, ob wir die Gute finden oder nicht. Aber ich gehe davon aus, dass sie da sein wird. Verpackt, verschnürt, in einem kleinen Paketchen. Hier gibt es doch bestimmt. Na, guck. Gefangenenbefreiung, Schatz, Bündern, Jebit O. Guck mal. Wer ist da drin? Das sind ganz schön viele Leute dafür, dass das so ein kleiner Bauernhof ist. Warum ist auf dem Bauernhof eine Bewachung? Wie nennt man das? Bewacht. So nennt man das, glaube ich. Du bist frei. Ja doch, 250. Und wir sind im Geschäft. So, ich würde mal sagen, das sind alles böse Bösewichte. Und weil es böse Bösewichte sind, nehme ich meinen Pfeil und meinen Bogen. Mach das hier, mach das hier. Zack, der ist gut. Und bei ihm machen wir das einfach auch. Und als ob der das gesehen hat. Der ist ja eine absolute Frechheit. Wo ist er denn hin? Bleib doch mal stehen. So. Die andere... Ne, das ist gar keine Wache. Das ist ein... Hier. Ja, ju. Ich bring da erstmal. Achso. Kriegt man das jetzt von wem die Info? Infos oder nicht? Ne. Das ist ein Hund? Das ist eine Wache? Das ist irgendein Tier. Was da so rum chillt. Na ja, dann soll ich mal weiter chillen. Alles gut. Alter, für eine Großmutter sieht die aber noch ganz schön fresh aus. Ja, ja. Ah, wir sind auf dem Weg. Ja, kein Problem. Was ist denn das für eine Großmutter? Die ist ja so jung wie die anderen beiden. Hat sich noch gut gehalten, würde ich sagen. Irgendwo müsste Lyka auch nicht hier stehen. Gehe ich von aus? Aber gut, das Gesicht ist schon ein bisschen alt. Nichtstimme des Apollon. Oder warst du die Stimme von jemand anderem? Oh, du kennst meinen Enkel. Du hast recht. Ich habe alle belogen. Es tut mir so leid. Die Götter hätten mich längst töten sollen, doch sie ließen mich mit meiner Reue leben. Warum hast du gelogen? Die Menschen haben dir vertraut. Sie dachten, du überbringst ihnen die Worte Apollons. Ich wollte das nicht, damals, als ich zum Orakel des Apollon ernannt wurde. Doch da waren Menschen, die mich zwangen, das zu sagen, was sie wollten. Sonst hätte meine Familie unter meinem Ungehorsam gelitten. Familie? Erinnerst du dich an eine Familie aus Sparta, denen du sagtest, ihr jüngstes Kind müsse sterben? Eine trauernde Mutter, mit Augen wie meinen? Dein Verlust tut mir wirklich sehr leid. Ja, hat sie das jetzt gesagt oder nicht? Wer ließ dich entführen? Oh. Diese Schläger kamen doch nicht von selbst auf die Idee. Schlimm. Bitte, frag mich das nicht. Die, die mich jetzt bestrafen wollen, die mich einst um Lügen zwangen, sie würden dich umbringen, wenn ich dir von ihnen erzähle. Die mit den Masken und dunklen Mänteln? Der Kult des Kosmos. Sprich ihre Namen nicht aus. Kult des Kosmos. Oh. Hat sie es dir gesagt? War sie das Orakel, das deine Familie zerstört hat? Was ich getan habe, tut mir leid. Ich akzeptiere meine Strafe. Eigentlich nicht, aber... Aber lass nicht zu, dass mein Enkel mich tötet. Lykaon ist ein guter Mann, ein Heiler. Er würde daran zerbrechen. Nein, das liegt in meiner Verantwortung. Ich muss ihr Leben beenden. Ich habe oft genug getötet, um zu wissen, dass die Gewalt nie endet. Am besten lässt du los und machst das Beste aus dem Leben, das die Götter dir gaben. Loslassen? Aber du sagtest, Praxitea habe deine Familie zerstört. Sie kann nichts Schlimmes mehr tun. Sie aus Rache zu töten, macht ihre Taten nicht ungeschehen. Und überhaupt. Hast du mir nicht was von Hoffnung erzählt? Das ist auch sehr unspartanisch, wie wir gelernt haben. Bäume pflanzen, Häuser bauen. Wie schaffst du das? Entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Wie schaffst du das, Lykaon? So viele Leben hingen von dir ab. Von deiner Zuwendung und Behandlung. Ich glaube, ich brauche dich jetzt. Nicht um jemanden zu töten oder etwas zu finden. Nur um bei mir zu sein. Na klar, mach war. Doch fürs Erste kann ich mich deine annehmen, Heiler. Hier wird alles weggeflankt. Ich sag's wie das. So, haben wir erledigt. Schön. Helm der Prophezeiung. Der sieht doch ganz toll aus. So, der schlimmste Schnitt beendet. Da hinten ist noch sowas, aber das ist uninteressant. Stimmt, es gibt ganz viele diese Folgequests. I remember me. Dann schalte ich den Befehlshaber aus. Das dürfte jetzt nicht allzu schwer sein. Das machen wir mal eben. Hier ist noch ein... Ach, 72. Warum sind die denn alle so stark, ey? 73. 58. 58. Talassa, der Blitz. Das würde noch gehen, aber die anderen sind mir zu stark. Wenn die mir jetzt über den Weg laufen, hab ich ein Problem. Das muss ich mal so sagen. Naja, wir gucken mal. Ähm, ich muss da lang. Die muss ich halt auch machen, ne? Damit ich dann ein bisschen... ...Söldnermäßig weiterkomme. Und auch Level-mäßig natürlich. Muss ich das dann auch noch... Wahrscheinlich muss ich dann wieder zurückgehen und sagen, ey, der ist tot. Anführerin der Jägerin töten. Du scheiße Perses, Junge. Der ist mir zu krass. Ne, das lassen wir mal noch. Wenn der hier rumgeistert, dann hab ich ja gar keinen Bock drauf. Na gut, der geistert da hinten irgendwo rum, ne? Was ist die denn? Was sehe ich hier eigentlich die ganze Zeit? Hier ist gar keine Anführerin. Hm. Dann ist mir das egal. Aber der läuft da hinten. Ich hoffe nicht, dass ich dem jetzt begegne, weil dann hab ich ein Problem. Der ist... Der ist... Der ist krass. 14 Level ist halt schon sehr viel. Das Scaling der Level ist halt auch ein bisschen... Ja, wobei 14 ist halt viel, aber es ist trotzdem komisch. Ich glaub, der können doch nur drei Level über mir sein. Was ist denn... Was ist denn, Wolf? Ich dachte grad schon. Ich dachte, jetzt ist meine letzte Gebäßperle abgefallen, aber zum Glück nicht. So, wo ist er? Ach. Heute auch. Nein, nicht heute. Dreh um und geh weg. Was machst du denn hier? Ach, Mann. Ich bin er. So, geh erstmal weg da. Mit deinem Schälchen. Ach, bin er jetzt. Ist doch gut jetzt. Jetzt müsst ihr, warte mal, ich muss den schnell noch durchsuchen. Hat er irgendwas? Ja, geht so. Ciao. Ich muss es auch noch abgeben, natürlich. Die anderen muss ich jetzt nicht... Aber da hinten ist er, glaube ich, schon, ne? Auf seinem Pferdchen. Einfach schnell wegbrennen. Wird schon. Das wollen wir nie groß tun. Bist du? Oh, Alter. Das ist ein dichter Nebel gehüllt hier. Ich renne wieder weg. Tschüss. Hätte ich einfach unsichtbar gemacht. Frech. Ich renne wieder weg. Ähm... so erfolgreich erledigt sehr schön und dann haben wir als nächstes eigentlich die eine alte sprache ich gucke kurz wo müsste ich dann hin ist makedonien das ist schon im spartanischen besitzt oder vorherrschaft zwei hier oben aber auch noch was über eine ich gucke mal ich werde mal so ein bisschen eben missionen machen hier kann ich eine schlacht führen direkt hier kann ich auch eine schlacht führen also hier und da habe ich ja schon ein paar sachen die ich machen kann aber so viele sind es gar nicht doch okay ist es doch sehr viel in misara ist sehr sehr viel ach du scheiße ansonsten alles eher so vereinzelt lesbos sind noch viel sachen das wird halt auch dauern bis das alles ready ist aber gut es ist wie es ist machst halt nix ich hätte wieder mein pferd rufen können aber für die 300 meter da will ich es auch nicht mehr machen wie kann ich dazu kurz zurücklegen so schatten 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 noch irgendwo was ne zwei schatz ok vielleicht aber hier war ich kein boot also wäre auch schwierig gewesen damit ein boot hinzufahren muss man ja auch mal sagen alles ruine entdeckt über da freue ich mich aber glaube ich werde noch mal auftauchen müssen oder wobei nehmen muss nicht unbedingt sein ich bin schon bei den dingern nehme ich mit ein schlüssel wird benötigt natürlich habe ich jetzt den schlüssel mal gut dann immer noch nach oben er muss ja irgendwo hier sein in der nähe er kann allein ja schlecht schwimmen da wäre auch noch ein schatz okay also er kann natürlich schon ein bisschen weiter weg sein strömung und so weiter und so fort man weiß das ist aber nicht aber hey rostiger alter schlüssel dann haben wir doch nice alter wachstafel eine alte wachstafel genau wer kennt sie nicht so jetzt können wir das abgeben es ist schon angenehm dass man überall einfach schon hinreisen kann das macht es auf jeden fall deutlich angenehmer weil ich mir noch nicht vorstellen kann dass das alle nebenmissionen sind ich denke mal das wird hier und da noch welche geben wenn ich sie nicht finde ist auch nicht schlimm hauptsächlich geht es mir eigentlich um die story nochmal durchspielen aber natürlich versuchen einiges zu machen so viel wie möglich was ich finde und was nicht naja das halt nicht und die dlc ist halt da bin ich weiß nicht mehr wie du hieß ist hab den namen vergessen typ wer bleibt noch vor der tür stehen halleluja ich dachte der stehe ist draußen in der höhle drin aber nö der dort ist feuer wieder ausgemacht der sack frage ist warum dein hinweis war richtig ich habe ein stehlen stück gefunden und dazu noch einen teil der rüstung zu jedem rüstungsteil muss es ein stehlen stück geben aber warum dieser absatz nimmt bezug auf ein ritual das erklärt nicht warum die rüstung aufgeteilt und mit den stehlen stücken versteckt wurde vielleicht war das teil des rituals wir müssen die anderen stehlen stücke finden na klar also mit wir meinst du im grunde mich sagst du doch einfach finden wir auch die restlichen teile ich gehe auf die suche selbst wenn alle stücke an ihrem platz sind könnte uns ein teil der bedeutung verborgen bleiben ich glaube an dich oh du wirst nicht glauben was hier steht von den urgöttern urgötter das ist interessant kronos könnte nur ein gebet im namen des kriegers sein das dachte ich auch zuerst bis ich das hier gelesen habe es gibt noch mehr ihr wird über das auslösen eines rituals gesprochen ritual ich weiß es nicht ich vermute dass wir erst die stehle vervollständigen müssen damit etwas passiert an welchem ort befindet sich das fehlende stück der text ist schwer zu verstehen es ist eine art warnung sei vorsichtig wenn du das grab des orion erkundest das werde ich das dunkle zeitalter ist vorüber warum zurückschauen in der vergangenheit liegen wahrheit und einsicht homer zum beispiel er sprach oft von vergangenem in seinen geschichten in der erde wühlen und verstaubte worte lesen mehr willst du nicht meine aufgabe ist es der geschichte leben einzuhauchen unterstützen dich wenigstens deine kollegen nein mein weg führte mich von ihnen fort wenn du recht hast werden sie dich auf jeden fall respektieren fürchtest du dass deine erwartungen zu groß sind vielleicht ist das eine sackgasse wieso das denn die hinweise geben mir recht keine ahnung mhm du könntest mir auch einfach sagen wo alle sind und dann kann ich die einfach suchen würde ich jetzt also da hinten auf der jagd nach phantomen das problem ist das ist so viel ich weiß ja nicht wie viele stücke das gibt bestimmt viele bestimmt sogar sehr viele ja ja das ist natürlich blöd er würde mir einfach sagen ey dann hätte er mir ey ey gesagt ja da ist auch schon eine komplette diskussionsgrundlage ja komm her jetzt ich muss doch nach kippa linie zurück da aber irgendwas ist da ja auch passiert ne ich habe mich wohl ein bisschen falsch entschieden oder das wäre sowieso so passiert ich weiß es nicht mehr ich glaube da ist dann alles abgefackelt ne ich glaube das wäre so oder so passiert nein nein ich weiß es natürlich mal wieder nicht aber ich glaube schon so kann ich hier hier lang stimmt ich habe keinen bock dem weg zu folgen das dauert mir auch alles zu lange ne so hier ist äh quasi was da müssen wir rinder in die butze hier sind alle tot warum sind die alle tot hier ist gar keiner tot hier ist überhaupt gar keiner da ist eine tote ziege die sind das einfach auch alles so erkundungsgebiet moment wir haben ja einen klugen vogel am start der wird mir dinge finden die gefunden werden also nicht gefunden werden wollen aber die wir finden müssen hier ist eine cobra was kriegt man natürlich von der cobra feld man kennt ok ich glaube das ist es schon vier schatzkisten warum ist hier ein typ drin was machst du hier was machst du hier was machst du hier ich verstehe nicht wer hat dir das angetan ich verstehe es selbst nicht ich verstehe es selbst nicht ach gut meine Brüder und ich wurden von diesem Ort angezogen dann griff der Wahnsinn um sich wir kämpften um ein Artefakt einer nahm ist und rannte davon ein Stehlenstück durchsucht die Höhle dort verstecken sie sich doch sei vorsichtig ok das sehe ich nicht Judas tue mal meine Fackel raus damit ich was sehe so ich soll die Höhle ja untersuchen unter Kunden quasi Problem ist ich komme gar nicht weiter das war es schon er ist tot er ist einfach gestorben jetzt war aber nicht cool hm ok so mit der Fackel einfach die ganze Wand anreißen so sieht es nämlich aus lass mich ja hier nicht verarschen das wird wahrscheinlich nicht gehen das geht nur von der anderen Seite natürlich sehr klar ich meine ich mache mir jetzt nicht mehr die Arbeit und mache hier alles an es wird sowieso wieder ausgemacht gar kein Bock ok hier komme ich komme ich hier durch kann ich das irgendwie kaputt machen ich glaube nicht na gut dann achso hätte ich mal gucken können gibt es hier irgendwie ein Loch in der Wand dass ich da durch schleiden kann aber ich glaube nicht na gut na gut dann gehe ich in die andere Richtung da war auch noch ein Weg dann wird der mich wahrscheinlich da hinführen du 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 Schlange tot ich glaube ich habe eine falle ausgelöst oh gott Hilfe noch eine falle überall fallen hier ach man schlangen geht es auch nicht weil das denn was ist das hier oh no wisch 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 tippitoppi tippitoppi aber jetzt wollen wir natürlich oh ah jetzt vielleicht was das mein gott schlangen geht mir nicht auf den Keks ey schlingelt euch woanders hin aber natürlich ich muss halt echt aufpassen man jetzt schlange geh weg lass mich in Ruhe nö 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 alles zu stressig mit euch so jetzt kommen wir hier mal ein bisschen näher der ganzen Geschichte mit den Schätzen der Obererschienen die besser sind als die die ich trage aber natürlich nur sekundär besser noch nie das auch eine schlange die schlange hat das öl die oh gott warte da muss man natürlich ein bisschen aufpassen hier ist alles voller Öl und ist tot das wollen wir auch nicht ich muss halt echt aufpassen ich weiß nicht ob das hier explodiert oder so ich brenne ich brenne nicht mehr hat sich ausgebrannt aber das noch nicht alles hier gibt es ja noch mehr schlange so hier ist noch was schlange weg weg wir brauchen zum Glück nur einen Schlag mit der Fackel so und dann nach oben kommen irgendwie Hau Ei kommen hoch warum kann ich nicht an dem Holz hochvettern das macht überhaupt keinen Sinn aber an der Wand interessant ob jeder hoch weiß ich tatsächlich ich weiß wie man da hoch kommt alles klar ich weiß glaube ich doch nicht ich werde mal gucken ob ich da irgendwie doch warte man doch 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 natürlich weiß ich stehe es da kommen wir irgendwie so hoch ja ja Au 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 so ich bin oben Schlange? nein so alles gefunden eine schöne verzierte Axt mh die sieht aber toll aus so, wo war das jetzt nochmal, ach nee auf der Jagd nach Phantomfinder und töte den wahnsinnigen Anbieter okay wo ist er? er ist irgendwo oben, wie komme ich denn jetzt also na gut, ich glaube ich muss diese Höhle hier, oder die Ruin Höhle, Höhlenruin man weiß es nicht, aber ich glaube ich muss die wieder verlassen ähm ja um dingliche Dinge zu tun aber hier komme ich runter, ich will nicht runter ich will hoch na gut, hier komme ich weiter zumindest, vielleicht auch okay weiß ich nicht genau, nee okay, ich muss hier glaube ich einfach komplett raus hier ist der Herr tot gewesen jetzt ist er nicht mehr da jetzt ist er nämlich tot ist auch gut, dass ich weiß, wo der hingelaufen ist woher ich das weiß, absolut keine Ahnung aber wir wissen das ist ja generell erstmal das Wichtige wir wissen es, warum ist ja auch völlig egal we need we need nicht für alles eine Erklärung so, dann kann ich wieder zu dem zurück, dann sagt er mir, wo das nächste Teil ist, ich weiß nicht genau wie viele, aber wenn es um eine Rüstung geht, ich glaube 5 Teile, nee, warte mal Helm, Brust, Arm 4 4 4 4 ach komm, das ist jetzt ok, er hat mich einfach auch gar nicht bemerkt alles klar hallo ist aber nicht einer das sind drei leute richtig bin ich kann ich nur aufgeben das möchte ich nicht aus mir zu schwer muss ich an der stelle aber auch mal sagen so damit haben wir auch den ort abgeschlossen sehr nice und dann müssen wir sich jetzt hin natürlich wieder zurück jetzt kurz zu den stehenden sollen wenn sie liegen würden wir auch irgendwie blöd muss man ja auch so sagen da aber ich mag es halt nicht anstatt dass er mir einfach sagt hey du musst vier sachen finden macht das mal kann ja nur sagen machst du selbst und er und ich okay immer eine diskussion aber so immerhin und er sagt mir dann oder muss aber noch was finden dann bringe ich mir das auto muss aber noch was finden du musst aber noch was finden ist doof fand ich mit den tieren tatsächlich ein bisschen besser weil da wusste ich ja welche tiere das sind wo die sind warum sie sind konnte sie miteinander machen und dann war gut ich brenne schon wieder einfach krass und feier ich kann mich ja zum glück auch selbst löschen das natürlich super da kann man auch mal und feier sein das andere ist ein bisschen feucht warum ich typ bin wieder da im nächsten von fragezeichen wie vielen die überlieferung könnte wahr sein ist das etwa blut ne ansonsten ist es unbeschädigt marmelade es würde zu ihnen sprechen was hätte diese kraft seltsam ich höre nichts und du geschwärts von verrückten vielleicht verrät uns das nächste stück mehr das muss gründlich gereinigt werden hoffentlich sind die anderen in besserem zustand ich werde die fehlenden stücke suchen dann werden meine kollegen endlich zuhören das ritual soll etwas auslösen aber was was wird geschehen wenn wir alle stücke beisammen haben werden wir zu einem schatz geführt einiges lässt sich nicht übersetzen dieser absatz spricht von würdig was noch nun dieser absatz spricht von einer inneren vision aber die bedeutung erschließt sich mir nicht es ist fast übersetzt warum freust du dich nicht du sagtest die anderen hörten etwas sie glaubten angesprochen zu werden ich höre nichts ich fühle nichts was hä wieso wo wann wie hä wieso stream neustart wo denn was denn wie denn warum kaputt es ist ein bedeutender fund das waren deine worte was kümmert dich was andere sagen oder fühlen ich weiß aus logischer sicht verstehe ich deine verwirrung verwirrt meine verwirrung aber was und dann sind die verwirrungen zusammen verwirrt und das ist verwirrend was wenn ich nicht würdig bin was wenn die götter unser nicht würdig sind hör zu wir sind noch nicht fertig oder also warte ab du hast recht klopf dir den staub ab und konzentrier dich du hast recht suchen wir weiter dieses mal erwarten dich zwei orte in der stadt euchomenos findest du in der nähe des hafens einen tempel das andere stehlen stück ist schwerer zu finden entlang der küste verlaufen ruinen suche dort nahe des altars der iphigenia nun gut und kopf hoch wir haben es fast das weiß ich ja nicht ich weiß ja nicht wie viel er sucht aber welche anzeigen äh anzeichen erblickt in deine augen um zu vermuten dass ein neustart vorgenommen hätte werden können tun machen sollen so das eine ding ist dort das ist natürlich schön am arsch der heide was jetzt schon wieder uff 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 ist mara sprache für uff 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 naja gut aber dann weißt du schon mal bescheid ist besser als gar nichts davon zu wissen also finde ich es halt auch scheiße aber es ist besser als nix ich weiß nicht nur sagen Uff. Ey. Mara hat sich weggeschlichen, die alte Sau. Du musst gucken, ob die auf der Couch liegt. Liegt nämlich mal auf der Couch. Ich möchte nicht mehr, dass die auf der Couch liegt. Uff, uff ist nämlich... Du bist im Mara-Fanclub. Ich weiß es. Wie leise Tiere sein können, wenn sie wollen. Sie sind einfach weggeschlichen, die Sau. Oh, natürlich lag sie auf der Couch. Mal klar. So. Hier wollen wir mal schauen. Ja, per. Ja. Ich hab schon wieder vergessen, was das für Quests sind. Ach, das ist ein Story-Quest. Ronny Ansettes, I-Kommunen 2. Irgendwas mit Rosetten. Da möchte ich jetzt auch nicht zu tief ins Thema drauf eingehen. Kann ich hier einfach drüber laufen? Über den Berg bestimmt. Das müsste ja kürzer sein, oder? Myka-Lessos. Ein Banditen-Überfall ist ein super Name, finde ich. Das ist einladend. Also da kommen auf jeden Fall die Pilger und die ganzen Touristen. Aber mal... Zweimal freiwillig im Jahr. Wer möchte nicht nach Maditen-Überfall? Schönen Urlaub machen. Ich weiß es auch nicht. Wer da Nein sagen würde. Da ist nix. Fui, ich hasse Wasser. Ich habe das Fischen aufgegeben. Ich diene jetzt den Göttern. Fischen ist ein ehrliches Handwerk. Warum hast du es aufgegeben? Es gab plötzlich einen Sturm. Als wären die Götter selbst herabgestiegen. Das Schiff kenterte und sank. Gleich da draußen. Die Götter haben mich gerettet. Geschah das, nachdem du ein steinernes Relikt an dich nahmst? Ich... Ich habe vielleicht so einen Tempelstein als Anker benutzt. Nichts von Wert. Es ist gut, dass die Götter dich gerettet haben. Echt? Warum? Na gut. Mal wieder. U-Boot spielen. Na klar. Die könnten mir auch einfach mal ein Boot hinstellen. Also hier, wo ich reingehe. Nicht irgendwo, wo das Spiel der Meinung ist. Oh, es ist gut. Weil das finde ich ja nicht gut. Ein Orca bestimmt. Hier. Gehe ich von aus. Aber zu tief unten, da kann ich von hier natürlich nichts anstellen mit meinem Pfeil und meinem Bogen. Aber der kommt hoch. Warte mal. Kann ich doch jetzt? Hier, jetzt kann ich doch. Zack. Don't piss with me. Sharky, Shark, Sharkboy. Ich will jetzt gerne von hier oben weg machen, weil, wenn ich unter Wasser bin, kann ich den Bogen nicht benutzen. Man kennt's. Ach du Scheiße, da ist noch einer. Es ist total dumm, dass meine Pfeile bis dahin fliegen. Außer der. Der natürlich nicht, weil der Hai ist viel zu weit weg. Aber er wird nicht zögern, mich anzugreifen aus der Entfernung. Ist gar kein Problem für ihn. So, ich vermute, ich muss wieder einen Schlüssel finden. Nö. Okay, dann doch nicht. Aber warum? Ach so, das ist der Schatz. Nee. Ah, das war der Schatz von dem Tempel. Brauche ich einen Schlüssel? Nö. Bum, 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 bum. Bum. Ja, wie komme ich jetzt hier hin? Ha? Ja. Dachte ich mir. Warum gibt's denn da... Warum gibt's auf Salami keine Schnellreisepunkte? Das ist schwierig. Naja. Die ganzen Nebenmissionen machen. Das wird aber auch viel. Ich sag nicht, wie das ist, ne. Das ist schon viel. Wie viele Neben... Ach, das müsste ich mal gucken. Wie viele Nebenmissionen das Spiel hat. Ich tippe mindestens zwei. Ach, vielleicht auch drei. Könnte sein. Könnte. Muss nicht. Vielleicht ist auch nur eine. Man weiß nicht. So, gibt's hier ein Boot. Ja. Aber ich glaube, das ist ein Boot, das kann ich nicht fahren. Ich brauche ein kleines, kleines Bötchen. Ein kleines. Ja, das ist ein kleines. Ja, guck mal. Da ist noch eins. Mit dem kann ich übersetzen. Das ist mein Boot. Ich bin immer wieder überrascht, was von den Menschen in den Ämtern arbeiten. Echt? Also man muss auch... Also ich muss sagen, ämtermäßig, das kommt immer drauf an. Also was so Jobcenter, Arbeitsamt angeht, hatte ich so generell nie Probleme. Ich glaube aber tatsächlich, dass ganz viele... Ich sag's jetzt mal vorsichtig, auch psychologische Unterstützung bräuchten. Ich glaube, das ist auch... Also ich glaube, das ist kein schöner Job. Das kann natürlich sagen, ja, da müssen sie sich was anderes suchen. Aber ist ja auch immer leichter gesagt als getan. Aber ja, also ich glaube, ich von Hörensagen, beziehungsweise doch einmal hatte ich das auch schon, aber da habe ich einfach den... Habe ich das gewechselt? Kein Bock. Aber wobei doch, eine Geschichte habe ich da, die war auch sehr unfreundlich. Aber es ist halt immer schwierig, dass sie das an anderen auslassen oder keine Ahnung. Das ist immer ganz komisch. Heute Ordnungsamt da gewesen, haben jetzt beim Kamin versiegelt, heißt, dürfen wir nicht mehr nutzen. Und Toll stand noch vorne am Rand des Bürgersteigs am Haus. Haben gedroht, wir sollen das bis morgen 10 Uhr wegwollen, ansonsten gibt es Anzeige. Das wird abgeholt, oder was? Ordnungsamt auch immer ganz komisch. Aber Ordnungsamt finde ich... Aber bei Ordnungsamt... Ja, Ordnungsamt ist immer komisch. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil die eigentlich zur Polizei wollten, das aber nicht geschafft haben. Keine Ahnung. Aber Polizei ist eigentlich... Also wenn du nicht zu denen bist, sind die auch nicht zu dir. Ordnungsamt ist manchmal komisch, ja. Das muss aber so gemacht werden, weil... Das steht so drin. Das ist so. So, wenn sie ein Gespräch verwickeln wollten und ich sie ohne Worte rausgebeten habe, nachdem sie ihren Punkt gesagt haben, wegen dem Kamin. Ja, aber der Kamin ist ja auch... Oder... Hä, nee. Ist der Kamin denn nicht mehr nutzbar? Also ist der Zug? Oder wie, wat? Wat, wie? Kommt das Ordnungsamt? Ich lasse sofort. Mann! Der wurde jetzt offiziell versiegelt von der Stadt. Sollte das Siege gebrochen werden, ist das eine Straftat. Ja, gut, das ist ja normal. Wenn es versiegelt ist, versiegelt. Aber kommt dann, macht das nicht eine andere Stelle? Kommt dann nicht ein... Müsste dann nicht eigentlich ein Schornsteinfeger kommen, den überprüfen und dann... Oder halt jemand, keine Ahnung. Aber ich glaube, ein Schornsteinfeger überprüft das doch. Und wenn dann cool ist, ist cool. Wenn nicht, dann nicht. Aha. Ja, gut, also da bin ich im Thema nicht drin. Keine Ahnung, was... Was, wie, wo, warum, weshalb und so. Aber okay. Ja, ich meine, letztlich, wenn es so ist, ist es so, dann kannst du halt nichts groß machen. Aber das ist ja der Kamin für das Holz, ne? Und wir dürfen den nimmer nutzen. Habe ich meiner Mama auch gesagt, sie hat es trotzdem weiter genutzt. Ah. Ja, gut. Schwierig dann, ne? Wo sind denn die anderen Schatze? Da ist ein Schatze? Ja, der Schatze aber gehört nicht mehr hin. Ich weiß, es ist ja nur wegen festen Brennstoffofen, wenn es dann heißt, darfst du nicht mehr nutzen, sollte man es auch echt nicht mehr machen. Weil da sind die dann empfindlich. Da gibt es dann auch nicht wenig hohe Strafen. Warum war ich denn jetzt hier? Ich dachte, ich habe das hier gesucht. Ja, dann halt nicht. Das Holz stand jetzt noch auf... Ne, schwer. Warum stand das Holz auf der Straße? Weil abgeholt wird. Hast du was dazu geschrieben? Ne. Ach, das ist halt... Da ist halt auch immer komisch, du stehst, keine Ahnung, du parkst mit dem Auto und du stehst, ey, ohne Witz, ein Zentimeter vielleicht. Nicht so, wie sie es jetzt gerade haben wollen, weil die gerade irgendeinen, keine Ahnung, Stress hatten oder so und dann kacken die dich an, ey. Das ist auch so nervig, ne? Wegen einem scheiß Zentimeter, wo man so denkt, es kommt jeder noch rein. Ja, aber dafür sind die Linien da. Ich parke meistens, ja, okay. Ich glaube, einmal hatte ich das aber auch nicht mit meinem Privatauto. Naja. Äh, ich verstehe halt auch nicht, warum die unbedingt immer so viel quatschen wollen. Alle gingen mega auf den Piss, hatten sowieso nur vier Stunden Schlaf und dann ziehen die mich aus dem Schlaf raus und halten erst mal einen halben Roman als Rede. Anstatt zu sagen, jo, hier ist versiegelt, darf nicht genutzt werden und tung, sollte es gebrochen werden, dann ist es eine Straftat. Tschüss, so ist das Problem. Haben die mir eine Rede gehalten. Ja, man kann ja die... äh, kann ja dies und das machen und so. Wo ist Mutter, wie geht's denn und so weiter. Ja. Die wollen halt die... Ja gut, dass die... keine Ahnung. Also ich glaube, dass die da sich unterhalten wollen, ist jetzt von denen vielleicht auch nicht böse gemeint gewesen, keine Ahnung. Aber wenn man da keinen Nerv für hat, müsste es halt nerven. So. Jemand kam mir zuvor. Punkt. Ich sollte mir das genauer ansehen. Ist nichts mehr heilig. Antike und wertvolle Relikte wurden in dem Tempel aufbewahrt. Der Misskerl brannte ihm nieder und bediente sich. Das Feuer sollte ihre Spuren verwischen. Der Kerl rannte in Richtung der Stadt und hatte unsere heiligsten Relikte bei sich. Bestimmt ist er im Bettlerviertel, so wie er aussah. Diese Gefäße zerbrachen vor dem Feuer. Zeigst du dann deine Krallen. Ein abgenutzter Schal. Ich suche nach jemandem mit zerschlissenen Kleidern. Oh. Nimm ich einfach mit. Du hast das Handzeichen mit dem längsten Finger an der Hand gemacht. Ja gut, ich meine, dass du halt wenig geschlafen hast, da finden die theoretisch ja auch nichts für Seine Kleidung ist zerschliffen und die Farbe passt Ist natürlich blöd, ich hab mal einfach getötet ob er es ist, scheiß drauf Da ist er tot Der denkt sich auch, was ist denn hier passiert? Wo muss ich denn jetzt hin? Achso Hier hin, das Öffnen des Grabes hat etwas auferweckt Wie, der hat das geöffnet? Mit was hat das denn geöffnet? Er hat doch die Stählen gar nicht Die hab ich doch noch, wo auch immer ich die hab Ich hab ja keine Tasche dabei, aber irgendwo hab ich's Äh, hat den Glauben nicht gepasst Nee, nirgends Hast du so, lies zwischen den Zeilen Naja, so wieder Hä? Ist der Junge denn hin? Weiß nicht Dann geh ich halt da hin Machst du auch nichts Ach, ja Man muss sagen, im Umkehrschluss Bei fünf Stunden schlaf wäre es nicht anders gewesen Aber witzigerweise ist es bei mir auch nicht anders, wenn ich Also jetzt nicht, dass ich irgendwie ausfällig werde oder keine Ahnung Aber, ähm Also selbst wenn ich ja Wenn's dann Momente gibt, wo ich so, keine Ahnung Acht oder zehn Stunden schlafe Ey, ich bin so fucking müde den ganzen Tag Was macht ihr da? Das ist ein Stein Verrückt Äh, warum nicht? Ja, vielleicht war irgendwas im Unterton oder keine Ahnung Ich weiß, der war ja nicht mit dabei Kann das ja auch nicht sagen, ne? Ich glaub, du hast dem Rechts-Links Handkante gegeben Warum bist denn du jetzt so überrascht, dass ich herkomme, du Arschloch? Mann Die Stählenstücke gestählt Oh Hast du mit den Winden aus deinem Arsch gesprochen oder warum ist das Feuer wieder aus? Ja, du hast recht Die Stähle muss zusammengesetzt werden Komm Okay, ich komme Das ist der Höhepunkt Das ist der Höhepunkt Deiner großen Entdeckung Werden die Götter zu uns sprechen? Was werde ich sagen? Was werden sie sagen? Ist das überhaupt wichtig? Vielleicht wenn du vorliest? Ja, ja Hm Für jene, die eine innere Vision besitzen Ein Geschenk der Urgötter Werden würdig sein, die Kraft des großen YI zu führen Das große YI-Heft Deswegen beten die auch Deswegen, Moment, warte Deswegen machen die so Die haben das große YI-Heft gefunden Geil Knallhart Es war nicht meine Entscheidung Aber ich weiß, dass niemand wissen kann, was die Götter von uns wollen Auch ich habe Wert So unnötig Ich kann es nicht steuern Du hast deine Entdeckung gemacht Das sollte dir reichen Warum nicht ich? Das ist ungerecht Weil du ein Lappen bist So Jetzt ist raus Moment Das Einzige, weil ich Wait Ach, ich kriege jetzt die ganze Rüstung Geile Entdeckung Top Ich bin außer mir vor Überschwinglich Auf heute Oder so Auf Familienwerte Let's go Direkt Nächste Wir gucken Wir machen Wir tun So Ich werde mich jetzt hier durcharbeiten Kann ich Warte mal Gameplay-Symbole Abgeschlossene Orte ausblenden Bringt mir absolut gar nichts Kann ich Anscheinend nicht Warum kann ich Also Keine Fotos Keine Fotos Ich würde gerne Mir nur Story-Sachen anzeigen lassen Warum geht das nicht? Ich kann mir Story-Portale anzeigen lassen Ja, das geht Wir jucken mich jetzt aber auch nicht Na gut Dann geht's ab In die Bucht Der Roten See Wahrscheinlich In anderen Umständen Oder so Da wir das eh überleben Springen wir einfach runter Easy peasy Gar kein Problem Und Dann gucken wir Was hier auf uns wartet Vielleicht wieder so ne Das ist glaube ich Auch ganz oft so Dass man hier Serien-Quests Bekommt Ne Hier sind halt auch Sachen Aber Besser zu Fuß Aber gefährlich Auf See Ich wünsche Du hättest das nicht getan Maritime Mission Ne Das mal Belästigen dich diese Leute? Belästigen? Wir sind seine Eltern Ich sagte doch Martha Es ist zu eurem Schutz Zum Schutz vor was? Bitteschön Er war vor kurzem mit Delphi Und sprach mit dem Orakel Seitdem ist er nicht mehr bei Sinnen Sie hat mir etwas prophezeit Meine Sinne waren nie klarer Sie sagte Ich würde meinen Eltern Unaussprechliche Dinge Dinge antun Dass Mutters Blut vergossen wird Und Vater vor lauter Schmerz Die Götter anschreit Das passiert einmal im Monat Orakel und Prophezeiungen Richten viel Schaden an Hör lieber auf dein Bauchgefühl Was soll das jetzt? Ich höre auf meinen Bauch Und er sagt mir Dass meine Eltern leiden werden Wenn du mir nicht hilfst Also gut Vielleicht muss er krank Ab jetzt schon Ab jetzt schon Man könnte es vielleicht Man könnte es vielleicht auch dumm nennen Und der Schild Das wird etwas schwieriger Dass das bei einigen Menschen heute einfach auch überlebt hat Na dann Es ist zu eurem Schutz Du bist so abergläubig Kannst du mir nichts anderes erzählen? Ich würde mich nicht befreien Keine Ahnung 20 Jahre war alles gut Oder länger Oder keine Ahnung Und dann kommt ein Orakel Und sagt ja Du wirst dich einfach umbringen Oh Gott Ich werde die töten Ja dann Ich werde mich einsperren Oder auch deinen Speer reparieren Ich suche nach einem Schwert Es gehört zu Pideo Ah Pideo Ein netter Junge Nur ein bisschen dörr Wenn du mich fragst Sopideo Er braucht sein Schwert zurück Und ich würde es dir gerne geben Also das Schwert Aber ich kann nicht einfach Schwerte an fremde Schönheiten rausgeben Das verstehst du doch sicher Mhm Gib mir das Schwert Und du wirst diesen Tag niemals vergessen Oh Also das wäre Als ob all meine Träume Auf einmal wahr werden Es gibt nur ein kleines Problem Weißt du Mein Speer ist auch kaputt Wenn du weißt Was ich meine Schade Es gibt auch noch den Finger Der braucht Viagra Okay Beides Ach du Scheiße Jetzt ist mir das Lachen vergangen Kräuterkundler sammeln sie im Wald In der Mitte der Region Bucht des Roten Sees Okay Okay Äh Diese spitze der Blumen Wachsen nur In Lucris Da 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 Ich kann nicht ausschalten. Ich will nur ein paar Blümchen sammeln. Ein Blümchen. Zwei Blümchen. Mann, warum bist du so aggressiv? Haben wir dir den Honig geklaut? Weg. Lebt der noch? Ich glaube, der Bär lebt noch. Ich kann den nicht sehen. Was? Ich hätte jetzt gerne den Bär gezähnt. Dann hätte ich ihn Puh genannt. Naja. Das sollte reichen, um das Feuer des Schmiedes zu schüren. Also ich muss schon sagen, es ist sehr sexuell, dieses Spiel. Das ist schon wieder so eine Quest. Ich glaube, das ist... Was sind das für komische Quests? Das ist auch irgendwas für Sparta oder so. Das kommt immer drauf an. Mach ich die nicht? Ich mach die auch nicht. Weil irgendwie finde ich die komisch. Das ist halt nur, ja, töte mal den. Gar keinen Bock drauf jetzt. Ganz komisch. Ich kann nicht mal Blumen pflücken, ohne dass irgendeine Bestie versucht, mich umzubringen. Aber ja, ich habe sie. Perfekt. Also, wie hast du das gemeint, dass ich diesen Tag nie vergessen würde? Ich schaue dir auf die Fresse. Ach, komm. Genug geredet. Ist deine Blumen. Die nimmt einfach jeden ran, ne? Das war unglaublich. Danke, Aphrodite. Ich danke allen Göttern. Hier, wie versprochen. Ich werde dich nie vergessen. Nein, wirst du nicht. Ich sollte das zu Supideos Eltern bringen, bevor er etwas Supi, Dummes tut. Oh. Hab, dass du auch ein Schwer bekommst. Also, erzähl mir von dem Schild. Tja, laut meinen Eltern wurde er gestohlen, als ich das Orakel von Delphi besucht habe. Gestohlen? Dann kannst du ihn abschreiben. Ich hörte, wie Martha und Pater geflüstert haben. Sie erwähnten eine Höhle hinter dem Roten See. Es kam mir vor, als würden sie die Diebin kennen. Seltsam. Geh zu der Höhle, Söldnerin. Hol mir meinen Schild. Nur der Schild kann meine Eltern vor meiner Tobsucht schützen. Kann ich denen nicht irgendein Schild geben? Geht das nicht? Weil die Höhle ist ganz schön weit weg. Dann suche ich diese Diebin. Supideo sprach von einer Höhle hinter dem Roten See. Komisch, dass seine Eltern das wussten. Sie sollten den Schild Z zurückholen. Ja, finde ich auch. Dann sterben sie wenigstens durch die Banditen, nicht durch ihren Sohn. Dann ist das Problem ja auch gegessen. Drei Fliegen mit einer Klappe. Plan. Oder so. Oh, ich hab irgendwie auf die Insel ganz unten rechts, wie auch immer sie nochmal heißt, ich hab's vergessen. Mit einem komischen Namen, da hab ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Weil da sind sehr, sehr viele Nebenmissionen. Ich hab safe noch nicht alle entdeckt. Glaub ich. Weil es waren bestimmt mehr Nebenmissionen als die paar... Ach, guck mal. Deswegen ist es der Rote See, weil der See rot ist. Werde das gedacht. Warum ist der See rot? Also entweder ist hier sehr viel Eisen drin, in diesem See. Deswegen ist der rot. Oder Jesus war hier und hat Wasser zu Wein gemacht. Oder ist es Blut? Ich glaub, es ist eher ersteres. Ja. Also, Eisenmangel. Hier hin. Bisschen schlürfen. Hat mal wieder genug Eisen. So, ihr seid, glaub ich, die Banditen, ne? Ich werd mich jetzt auch nicht damit irgendwie befassen, leise zu sein. Hat er mich gerade geschlagen. Oh, nein! Ich hab noch mehr. Ah, 3, 3, 3. 3, 3, 3. Ei, ei, ei. Es ist vorbei. Hallo, 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 hallo. Bam, 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 bam. Nee, 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 brauchst du gar nicht versuchen. Ah, tschüss. Alles meins, alles meins, suchi dumm, suchi dumm. Nehme ich auch mit, nehme ich auch mit. Ich glaube, die brauchen das nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Nee, geht er hoch. So, zack, zack, zack. Haben wir alles eingesackt. Das kann ich, eventuell. Eine Schnellreise ist, glaube ich, trotz alledem eine gute Sache. Da muss ich den ganzen Weg nicht zurücklegen. Weil das ist ja übelst nervig. Aber ich kriege keine Infos über die komischen Dudes, ey. Hm. Ja, vielleicht müsste ich doch mal zu allen Fragezeichen irgendwie. Aber das würde ich dann wieder mit, äh, mit, äh, Wiimod machen. Einfach, um zu gucken, ob da vielleicht noch Quests sind oder so. Well, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich schon alle Nebenquests entdeckt hätte, habe, getudet, getan. Wobei ich nicht weiß, in Valhalla gibt's, hab ich gesehen. Da kannst du einstellen, dass hier alles angezeigt wird oder nicht. Also, so Sachen in der Nähe, wenn du was erkunden kannst oder wenn da was Interessantes ist, wird dir das mit so einem goldenen Punkt angezeigt. Ich weiß nicht, ob man das hier auch machen kann. Ja. Jetzt höre ich nicht hier. Oh, was auch immer. Und? Hast du die Diebin gefunden? Oh ja, ich schlug sie entzweiht. Sie wird nie wieder irgendwem irgendwas stehlen. Und was ist mit dem Schmied? Oh, der ist sehr lebendig. Wir haben Dinge in seiner Werkstatt getan, die Aphrodite erröten ließen. Habt ihr nicht? Das ist widerlich. Martha. Vater, was ist los? Ihr seid sicher. Die Prophezeiung ist abgewendet. Auch so ein Kommentar total dumm. Ich weiß nicht, was wir dir sagen wollten. Supideo, du bist adoptiert. Was? Ein junges Paar brachte dich zu uns. Sie wussten, dass du es bei uns besser hast. Das Schwert und der Schild sind ihr Vermächtnis für dich. Was? Dann waren die Diebin und der Dorfschmied. Sufideos leibliche Eltern. Du hast die Mutter getötet und mit dem Vater geschlafen. Aber das Orakel sagte, Vater würde vor Schmerz schreien. Oh, er hat geschrien. Aber nicht vor Schmerz. Ja. Du hast Mutter getötet und mit dem Vater geschlafen. Sufideo, das wusste ich nicht. Jetzt ist Cassandra seine Mutter. Ich will nie wieder etwas sehen. Ich bin blinzelt darin. Bist du zufrieden? Ach, schön. Es wird mit ewigem Traum verfolgen. Martha verblutet und Vater schreit. Ja. Hätte er mal nicht. Es wird mit ewigem Traum verfolgen. Ich habe es ihm gesagt, aber er wollte nicht hören. Naja. Pech. Der Tod und die Steuern. Das sind halt alles Sachen theoretisch auch für spät. Aber wir gucken jetzt trotzdem mal hier noch. Hier gibt es nichts. Keine neben... Nix. Doch, da ist doch was. Was ist denn hier? Rätsel mit Narrenkapp. Achso, das ist so eine extra... Oder? Extra Quest. Dings. Ähm. Damm, damm. Damm, damm. Damm, damm, damm. Ja, hier gibt es nur das. Ja, da mache ich doch jetzt. Oder wie? Oder was? Ja, ja, ja. Gucken wir mal ganz kurz. Dingsbums mit Narrenkappe. Ähm, wo ist denn das? Das ist... Ähm... 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 Charakter Quest. Die Arena liegt... Das machen wir später, weil zur Arena kommt man ja noch. Die Arena ist auch ganz geil, finde ich. Die ist echt ganz cool. So, finde und tüte Steropor. Okay, gehen wir hin. Ähm... Gut, dann mache ich jetzt das hier. Und da bin ich natürlich wieder aus der Map rausgegangen. Ist ja klar. Warum sollte man auch auf der Map bleiben? So, dann wollen wir mal gucken. Was ist das hier für ein... Ich weiß auch nicht genau, was das hier ist. Flucht aus dem Alter. Korfu Quest. Aber hier ist auch irgendwas... Ist ja hier passiert. Aber hier gibt es keine Quests. Alles sehr seltsam. Muss ich sagen. Naja. Wir gucken mal. Ähm... Was ist die Quest? Weil dann bin ich mit der Insel fertig. Ich glaube, da gibt es noch was. Aber das ist mir egal. Ich habe es dann für mich abgeschlossen. Danach gehe ich nochmal nach Kephalinien und gucke, was da passiert. Ich weiß nicht, was die Korfu Quest ist. Es wirkt sehr bedeutungsschwanger, als ob ich wissen müsste, was die Korfu Quest ist. Vielleicht ist es auch so. Vielleicht müsste ich es wissen. Aber ich weiß es nicht. Naja. Wissenslücken. Die sich da auftun. Es ist wie es ist. Ich habe, glaube ich, auch nicht genug Materialien. Ich müsste mir mal wieder welche besorgen. Die Leute bauen hier anscheinend gern Boote. Scheinlich. Hallo. Du kommst, um den reichsten Mann in Archeia zu sehen, nicht wahr? Nee. Du siehst nicht reich aus. Der reichste Mann in jedem Land ist der, der sich nach dem wenigsten sehnt. Und ich sehne mich nach nichts. Krass. Der reichste Mann der Welt. Reich, du sehnst dich nach nichts und rufst mich trotzdem, damit ich dir helfe? Das ergibt keinen Sinn. Ah, ha, ha, ha. Ein Verstand, der denken kann, rettet mich vor diesem Grauen. Oh. Schon gut, schon gut. Mein Name ist Demokritos. Der berühmte Denker von Gedanken, Schreiber von Schriften, Fragen danach Antworten. Ich bin... Der Denker von Gedanken. Und ich habe nie von dir gehört. Das sagt mehr über dich aus, als über mich. Ha, ha, ha. Nee, irgendwie nicht. Nur wenn du du kamst, um zu helfen, hm? Zufällig stieße ich auf die Fundorte von drei göttlichen mathematischen Entdeckungen. Mathematische Entdeckungen? Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Die Theoreme in Kombination mit meinen eigenen... Plus, Minus und Semikolon. Und wie du weißt, bleiben die Rätsel des Universums gerne ungelöst. Bring mir die drei Theoreme und ich belohne dich großzügig. Also, du bekommst die Theoreme und ich eine Belohnung von einem Mann, der sich überhaupt nicht für Drachmen zu interessieren scheint. Ha, 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 Drachmen sind für Narren. Ich biete dir etwas viel Größeres. Doch, zuerst die Theoreme. Schön. Welche sind es? Nur die größten Errungenschaften rationalen Denkens. Die Originalschriften zum goldenen Schnitt, den Satz des Pythagoras und Xenons Paradoxien. Erzähl mir von Xenons Paradoxien. Das kenne ich nicht mal. Elea war der klügste Philosoph der Welt, abgesehen von mir. Ha, ha, ha. Er schrieb Paradoxien, die jedermann verblüfften. Sein Werk gilt als zerstört, doch ich weiß, dass die Priester in Locris es gerettet haben. Also ich spoiler jetzt mal hart, die Geheimnisse des Universums sind bis heute nicht aufgeklärt. Tau, Tau, 1500 Jahre danach, man spielt in das Spiel 1827 oder sowas, ne? Und der goldene Schnitt? Ah, die göttliche Zahl. Es ist ein Grundprinzip der Architektur, der Kunst und es findet sich auch in der Natur. Das Original schmachtet in den schmutzigen Händen von Bildhauern in Argos. Es sollte bei einem Mathematiker sein wie mir. Den goldenen Schnitt kannst du auf alles anwenden. Wo kann ich den Satz des Pythagoras finden? Überall um dich herum natürlich. Trügerisch einfach und doch überaus rätselhaft. Anscheinend wurde die Gleichung in Stein gemeißelt. Ich habe gehört, sie lege in versunkenen Ruinen zwischen drei Inseln, die ein Dreieck bilden. Ich finde die Theoreme für dich. Jetzt bin ich ein Dreieck. Weil du eines hast. Ich komme wieder, wenn ich alle habe. Als ob ich jetzt jedes Mal herkomme. Also, ne. Ich glaube, dem geht es ein bisschen zu gut. Rätsel mit einer Narrenkappe. Finde und beschaffe die drei Theoreme. Na, dann werde ich mal suchen und beschaffen. Oder ich beschaffe und suche dann erst. Ich bin mir noch nicht sicher, wie rum ich das angehen werde. Mal gucken. Ich habe auch einfach, also, das ist auch der klügste Vogel der Welt. Der weiß auch einfach genau, was ich suche. Theoreme, ja klar, kein Problem. Ich weiß, wo es ist. Der weiß vor allem auch überhaupt, was ein Theorem ist. So, hab's. Ja, der freut sich bestimmt richtig. Dem geht richtig einer ab, wenn er das hört. So, ähm. Ich sehe ein Ding, aber ich sehe das andere Ding nicht. Das ist natürlich alles ein bisschen schwierig. Das ist natürlich jetzt genau da, wo ich auch hin möchte. Wo ist denn das andere? Eins habe ich da noch. Wo ist denn das andere? Das ist irgendwo oben am Rand. Ach, hier. Ah, ja. Hm. Okay. Ja, ja, ja. Das auf dem Wasser hole ich zum Schluss. Das ist, glaube ich, am nervigsten. Peloponnesischer Krieg. Und Markus will immer das schnelle Geld verdienen. Also, als Info, da ist ein Mädchen. Das nehmen wir mal. Oh, ich hoffe, das ist aber wie in, äh, wie in schwarzer Flagge. Dass ich das Schiff dann rufen kann an den Hafen. Sonst muss ich da hin schwimmen. Na, gar keinen Bock drauf. Lalalalalalalalalala. Lalalalalala. Leider. Sind da keine Ahnung. Da die singen. Deswegen muss ich jetzt singen. Und ich fahre auf den Wasser mit dem Boot. Das Hegel fängt den Wind. Und ich mach mich ganz beschwind. Und da hinten wird einfach auf die Wasserverkehrsordnung geschissen. Da wird sich einfach weggerammt, als ob es kein Morgen mehr geben würde. Aber jetzt so im Nachhinein muss ich echt sagen, es ist eigentlich ein bisschen dumm, dass die hier nichts Kratos mäßig ist. Vielleicht dürfen sie es nicht. Kann natürlich sein. Aber ich hätte ja irgendwie eine Rüstung von Kratos eingebunden. Oder Waffe ist schwierig, glaube ich, für das Kampfsystem. Weil er kein Schwert benutzt. Er hat seine Clown. Seine, 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 seine. Ähm, aber irgendwas in die Richtung hätten sie locker machen können. Aber gut, es ist halt auch kein Spiel von denen. Wahrscheinlich wäre das Lizenz-Technisch schwierig gewesen. Da hätte sich Sony, der auch immer die Lizenz hat, glaube ich, nicht so im Use drüber. Aber wäre cool gewesen, so für Fans. Das würde eigentlich auch natürlich deutlich länger dauern, als es dauert. Also hier dauert. Weil eigentlich weiß man ja gar nicht, wo das ist. So, dann wollen wir mal hier unser Strand gehen. Gehen an die Schiffsdokte. Und ich hoffe, ich kann mein Schiff hier zurufen, damit wir da hinschwimmen können, äh, fahren können. Natürlich, schwimmen will ich ja nicht. Deswegen brauche ich das Schiff, sonst könnt ihr auch schwimmen. Aber schwimmen ist mir zu weit. Weg. Also anstatt zu schwimmen, würde ich auch, bin ich ganz ehrlich, lieber laufen. Übers Wasser. Zack, da ist das Schiff da. Jetzt bin ich auch mal wieder da. Wir fahren aber nicht nach Athen, mein Freund. Wir fahren auch erstmal nach Andros, ne? Wie du gesagt hast. Also ich habe das fast voll aufgelevelt, aber so viel ausdauernd trotzdem nicht, ne? Kann ich jetzt eigentlich hier, warte mal, mal gucken, hier werde ich noch keinen weiter aufdecken können. Ne. Ähm, aber Schiff mäßig. Was kann ich denn hier machen? Hier habe ich was Neues? Nö. Seeleute habe ich. Guck. Magi. Oh klar. Die Freigelassenen, die Männer des Hökers, griechische Athleten, griechische Athleteninnen, die Töchter der Atem ist, die nehmen wir jetzt mit aufs Boot. Das Orakel kontrollieren? Unmöglich. Das kann der Apollon nie zulassen. Jetzt suchen sie nach meiner Mutter. Ich muss nicht hin. Was ist jetzt? Und ich glaube, sie werden jeden Bekampen, der ihnen lebt. Freierlachs. Das Orakel wird manipuliert und jetzt dieser Kult, ich weiß es nicht sicher, aber es könnte mein Rund. Die sind so viel am Platz, ne? Wem sagst du das? Aber ich mag es auch nicht. Also ich würde jetzt mit Kassandra auch nicht in Ezios Montur rumlaufen, weil ich das so viel am Platz einfach finde. Hui! Aber das kann ja jeder machen, wie er möchte. Also da gibt es ja die verschiedensten Leute, die dann sagen, jo, hier ist eine Quest. Warum ist hier eine Quest? Wo ist hier eine Quest? Was für Quest, Digga? Ah, keine Ahnung. Ja, auch egal. Na komm! Ich bin mal kurz weg, jo. Nee. Ich möchte gern... Ich dachte, ich muss das mit Viereck machen. Äh, mit Kreis meine ich. Mit Viereck-Kreis. Die sind alle so weit unten wie Haie, da kann ich eh nichts machen von hier. Ein Fisch? Ein kleiner Fisch? Ausgewichen. Kleine Dreck da auch. Nee. Komm ich denn da rein? Ach, hier. Oh, alle Hinweise entdeckt. Alle? Alle Hinweise, die es auf die gibt. Was? Oh, gut gewesen. Eine Kiste, alle Hinweise. So muss das laufen. Find ich. Ja. Oh. Ah, den Speer gucke ich mir mal an. Den gucke ich mir mal an. So, jetzt habe ich natürlich hier keine... Ich muss auftauchen. Demo... Demo-Kritus. Kann ich, wenn ich im Wasser bin, eine Schnellreise machen? Ja. Ja. Dann mache ich das. Moment, vorher mal gucken. Den da. Achso, Details anzeigen und dann. Unten Gegenstände. Versunkene Waren. Kassandra entdeckt einen Hinweis im Frack. Also findest du die einfach so ein bisschen random auf der Welt. Der mycelenische Hai. Moment, warte, kann ich da noch einer? Nee, die noch nicht. Da fehlt mir noch was. Achso, ich kann das schnellweise machen. Da muss ich halt doch einfach Kisten öffnen, ne? Und in den Schatzkisten kann ich die Sachen finden. Schwierig. Weil dann muss ich ja doch Schatzkisten öffnen. Aber das mache ich, glaube ich, immer auf. Ich habe keinen Bock drauf. Also die Quests, die wollen Blut sehen, macht später. Später, würde ich sagen. Genau. Was hier ist eine Hütte? Was ist das für eine Hütte? Kann man die machen? Kann man die mal angucken, die Hütte. Haus des 80. Handführer am Start, oder was? Ist der auch zu Hause? Das ist ja die große Frage, die man sich stellen muss. Ich habe jetzt natürlich auch keinen Bock, hier irgendwie groß, wie man mich kennt, Stress zu machen. Aber der Anführer ist nicht da. Ist ja dumm. Oh, hier hätte doch einfach auch eine Tür sein können. Also da ist ja eine Tür, aber eine, die auf ist. Nein, nicht jetzt. Er kommt ja auch nicht rein, ne? Oh, der ist gestorben. Ja, dann ist er perfekt. Dann habe ich nichts gesagt. Niemand. Kommt der her? Ja. Kommt er her jetzt. Er kommt nicht her. Jetzt kommt er. Ne, doch. Ich hoffe, ich kann ihn töten. Das wäre richtig nice. Okay, warum kommt da jetzt noch einer? Warum liegt der jetzt da oben drauf? Ich habe Brandpfeile. Habe ich ja gesehen. So. Oh. Warum brennen die Leichen auch? Das magische Leichen. Das Brennleichen. Die allerechten. Man weiß es nicht. Naja. Ja gut, was soll ich machen? Ich muss ja alle stehlen. Kommen wir sonst gar nicht an das ran, wo ich ran will. Ah, hier wurde geklaut. Ah, hier wurde geklaut. Mal ganz schnell die Achtsamkeit von mir ablenken. Das ist wichtig. So, sehr schön. Hi. Schere, Junge. Ich mag das Wort Schere. Das heißt eigentlich anders, aber ist mir egal. Also ich habe zehn uns Paradoxien. Hast du? Und was hältst du davon? Das ist Paradox, Junge. Ich bin klug. Die Schildkröte erreicht einen Punkt. Achilleus, der hinter ihr her ist, läuft dorthin. Aber wenn Achilleus an diesem Punkt ankommt, ist die Schildkröte schon weiter. Bis Achilleus dann diesen neuen Punkt erreicht hat, hat sich die Schildkröte erneut weiter bewegt. Ist das nicht einfach nur eine Beobachtung? Ich habe den originalen goldenen Schnitt. Eine Entdeckung, die den Lauf der Wirklichkeit verändern wird. Wenn du es sagst. Für mich ist das nur ein Rechteck. Öffne die Augen. Das Rechteck besteht aus zwei Formen. Einem Rechteck, ja, und einem Quadrat. Die Länge der Seiten A und B verhält sich zur Länge von A wie A zu B. Und wozu benutzt man diese Theorie? Benutzt? Sie wird nicht benutzt. Nur beobachten. Es ist die göttliche Balance. Einfach nur da. Und es ist natürlich an den schönsten Orten dieser Welt vor. Sie ist überall und nirgendwo. Es war nicht einfach, aber ich habe den Satz des Pythagoras. Der größte Durchbruch, den die Welt je erleben wird. Und jetzt haben wir ihn in seinem ursprünglichen Glanz. Ich dachte erst, es geht um die Eckpunkte, das Dreiecks. Aber eigentlich geht es nur um die Länge der Seiten. Erstaunlich. Du bist weiser, als du dich gibst. Die Quadrate der kürzeren Seiten ergeben zusammen das Quadrat der Hypotenuse. Es war nicht gerade leicht, aber ich habe alles gefunden. Hast du? Hypotenuse, genau. Ich kann endlich meine große Theorie formulieren. Die Theorie, die das komplette Universum gleichzeitig teilt und vereint. Boah. Krass. Erzähl mir davon. Mithilfe dieser Theoreme möchte ich beweisen, dass sich das Universum in unendlich viele kleinere Teile teilen lässt. Wenn wir die Wirklichkeit untersuchen, schrumpfen die Teile und der Raum zwischen ihnen wächst. Wenn du deine Theorie bewiesen hast, was willst du damit tun? Auch wenn ich beweisen will, dass das Universum teilweist, die NASA-Gründen. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher. Na klar. Sei also mal dabei. Oder was? Du hast schon mal die Gelegenheit verpasst, es ihr zu sagen. Es wäre schade, noch eine zu verpassen. Gehen wir. Du hast recht. Dieses Mal mache ich es richtig. Also wenn ihr jetzt nicht einen Mathe-Kling habt, dann weiß ich nicht, ob ihr damit landen würdet. Aber. Keine Ahnung. Kann schon sein. Ist mir klar? Keine Poetin, Demokritus. Der ist gut. Meinst du? Also gut, das werde ich. Kinder, was ist denn los mit euch? Du gehst mal kurz weg. Ja. War dich schon drauf. Na Mensch, guck mal, wie du mich umgebracht hast. Ist ja krass. Alter, guck ihn dir an. Mit der Faust des Herakles. Demokritus. Demokritus. Es tut mir leid. Sie ist tot. Dass es so enden muss. Nach all der Zeit. Du hast dein Theorem. Und die anderen. Lies sie ihr vor. Zeig ihr deine Poesie. Es ist zu spät. Es ist nie zu spät. Du kannst gehen. In einem anderen Leben hätte sie von meiner Liebe gewusst. Du hättest meine Schülerin sein können. Stell dir vor, wie glücklich wir wären. Ein weiser Mann sagte mir. Der reichste Mann in jedem Land ist der, der sich nach dem wenigsten sehnt. Sehne dich nicht nach der Vergangenheit. Ich gehe früh genug. Doch im Moment sehne ich mich nach ein wenig Zeit allein. Nimm dies und lass mich trauern, Kassandra. Okay. Ein Erfinderhelm, Junge. Hui. Das ist natürlich schon... Ist er weg? Oh nee, er ist da. Das ist natürlich schon ein krasses... Ja. Das ist einfach krass. Also. Ja. Ich habe gleich auch nichts anderes zu sagen. Das ist halt einfach nur krass. Gut. Dann geht es nach... Quidrea. Eigentlich wollte ich nach Dings gehen. Wer ist Rox... Ach, keine Ahnung. Wir gehen einfach hin und gucken, wer Roxana ist. Mir egal. Eigentlich wollte ich nach Kephalenia zurück. Mache ich irgendwann. Da ist irgendwas krass passiert, aber ist egal. Das kann wohl warten. Ich glaube, ich weiß auch, warum meine Arme nicht immer kaputt gehen, weil ich mich immer so draufstütze. Das soll man bei Stüten eigentlich gar nicht machen, aber es ist mir eigentlich egal. Ich gehe schnell auf die Toilette. Dann machen wir weiter. Dann gucke ich noch, was Mara macht. Macht bestimmt wieder Quatsch. So. So. Nee, Moment. Controller. All right. Ich will mal gerne wissen, warum das PC manchmal so warm wird. Ey, das ist voll krass. Pydrea Apfelgarten. Ja, das sieht mir auch noch im Apfelgarten aus. Mensch, richtig schön. Also von hier möchte ich aber auch einen Apfel haben. Zwei sogar. Wenn es geht. Das ist schon geil. Ich brauche jemanden, der kämpfen kann wegen der Schlacht der Hundert Hände. Ich brauche einen Helden. Vielleicht kann ich deine Heldin sein. Ist das so? Wenn du es ernst meinst, ich bin eine zugelassene Teilnehmerin. Wenn du mit mir übst, lässt Dracios uns beide offiziell teilnehmen. Diese Schlacht? Die Schlacht der Hundert Hände ist der zermürbendste Wettbewerb der griechischen Welt. Die Verluste sind hoch und die Gewinnchance gering. Bist du sicher, dass du dich darauf vorbereiten willst? Gewinnchance 100%. Ich töte aus beruflichen Gründen und ich kann es gut. Das ist die richtige Einstellung, das lasse ich dir. Aber stärker allein wird dich nicht zum Sieg in der Schlacht der Hundert Hände führen. Ja, doch. Es braucht Vorbereitung. Nö. Warum überhaupt teilnehmen, wenn es so schwierig ist? Ich komme nicht aus reichem Hause und habe immer von dem Hundert-Hände-Geldbeutel geträumt. Mein Vater, mein Bruder, sie versuchten vor Jahren zu gewinnen. Sogar meine Mutter nahm letztes Mal teil. Es gibt nur noch mich. Alle tot. Du willst die Drachmen? Die Drachmen sind mir im Moment egal. Das stimmt. Ich muss das Vermächtnis meiner Familie vor der Klinge eines weiterer Händler. Einmal Kick schon gewonnen. Ich muss gewinnen und werden wie die Helden von einst. Also ihre ganze Familie ist bisher gestorben und sie meint jetzt, sie schafft es. Hm. Ich glaube nicht. Wenn es so schwer ist, warum rechnest du dir Chancen aus? Ich arbeite in jeder Wachenstunde bis zur Erschöpfung an mir. Die ist aber auch schockmuskulös, die Kassandra, ne? Mit der Wacht erwache ich und entwerfe Strategien. Und am Morgen geht alles von vorn los. Das ist ein beeindruckendes Pensum. Wenn ich die Schlacht nicht gewinne, habe ich wenigstens alles gegeben. Du sagtest, ich solle mit Drachios darüber reden, mich offiziell für die Schlacht einzuschreiben. Wo kann ich ihn finden? Normalerweise in der Stadt auf Melos. Er entfernt sich nie weit. Sagen wir mal, ich wollte in der Schlacht der Hundert Hände kämpfen. Ja. Dann kämpf gegen mich und erweise dich als würdige Übungspartnerin. Du hast es so gewollt. Also die einzigen Frauen jetzt, also die meisten Männer sehen auch naja aus. Die einzigen, die wirklich was dagegen tun können, sind diese großen Frauen, diese breitgebauten. So ein bisschen in Richtung, in was gehen die so? Weiß ich nicht. Die hat, die macht halt viel so, ne? Die bewegt sich halt viel. Achso. Schild weiß ich auch nicht, wo es herkommt. Ich finde, dein Schild muss weg. Jetzt schon tot. Naja. Anscheinend bist du die Heldin, nach der ich gesucht habe. Eine echte Spartiate, nicht wahr? Das stimmt. Mein erkennt es, dein Kampfstil. Aggressiv, aber beherrscht. Ne. Aggressiv und aggressiv. Als nächstes steht Bogenschießen auf dem Programm. Bist du bereit? Ich bin bereit. Na klar. Steuern die Wölfe das Boot? Das Schiff? Wie machen die das? Fragen über Fragen. Wir sind in sicherer Entfernung. Lass uns die verfluchten Wölfe schießen, bevor sie sich die hiesigen Kinder holen. Mal sehen, ob ich vielleicht das ein oder andere von dir lernen kann. Das machen wir vielleicht nicht. Aber gut. Es ist schön mit dir hier draußen. Nur wir beide allein. Ja, ist das so? Unser Übungskampf hat viele Zuschauer angezogen. Dann wird es dich freuen, dass der Rest unserer Übung privater abläuft. Hm. Dann mal los. Ich könnte ein paar Pelze brauchen. Eine wahre Heldin. Ich wusste es. Halt den Bogen bereit. Na klar. Oh, der ist schon tot. Ich brauche einen anderen. So. Mann. Wie fandest du den? Oh, meine Pfeile wieder. Hey. Du benutzt gar nicht immer den Bogen. Kann das sein? Hm. Hey. Was laberst du? Verstehe nicht ein Wort. Hä? Bitte? Ich habe nicht ein Wort von dem gesagt, was du verstanden hast. Ja. Genau das nämlich. Oh, der ist aber schön gestorben. Guck mal. Der möchte mal ein Teppich werden. Geschafft. Alle Wölfe sind erledigt. Du erhebst das Bogenschießen zu einer Kunstform. Nicht mal so, Fugles, konnte mich so beeindrucken. Wie viel muss ich noch üben? Ja, dann ist OBS schon wieder hier Doppelschmoppel-gemoppel. Kannst du nicht mehr Zeit mit mir verbringen? Die Zeit mit dir war wirklich... Kannst du ja nochmal was probieren, als müsste das wieder nur eintönig sein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielleicht. Je nachdem, was OBS sich da wieder ausdenkt. Jetzt hört man das nämlich gar nicht. Ich verstehe es nicht. Also OBS ändert auch immer seine... Also alles einfach. Warum ändert das immer die Sound-Eigenschaften? Was denn? Was the fuck? Hat man... Ich weiß auch nicht. Have you was gehört? Have you nichts gehört? Have you heard? Have you not? I'm not hearing anything. Wir haben ja nicht gehört, aber immer wieder witzig. Das ist... Aber das ist OBS. OBS... Weiß ich auch nicht. OBS stellt hier immer Sachen um. Die... Also bei Triggerfire die Ausgabe zum Beispiel. Muss ich das dann so machen? Probier jetzt selber was aus. Geht noch nicht. Erstens 12 Minuten. Toll. Und du sagst mir gleich... Ob man was gehört hat. Oder ob es geheilt hat oder nicht. Ja. Also man hat es gehört. Mit Heil. Ohne Heil. Okay. Das ist so dumm. Manchmal muss ich nämlich... Dafür die... Das Monitoring... Und die Ausgabe anmachen. Manchmal aber muss ich... Die Ausgabe stummschalten und das Monitoring anmachen. Ich weiß nicht, was OBS da immer macht. Also... Sollen wir die Übungen abschließen? Wir haben noch einige Dinge vor uns. Da kann ich persönlich... Beim Üben... Oder miteinander. Jetzt aber auch nur sagen. Was ist denn los hier? Genau. So nehme ich. Wir hatten so viel Spaß. Wir haben gekämpft. Wölfe gejagt. Und weiter. Die nächste Übung wird dir sicher gefallen. Ja. Wir machen einen Wettlauf. Wer zuerst am höchsten Punkt der Insel ist, gewinnt. Unsere letzte Übung ist ein Wettlauf? Bei der Schlacht der 100 Hände geht es um Geschick, Stärke und vor allem Ausdauer. Ein müder Teilnehmer ist ein leichtes Ziel für jemanden... Kann man auch einfach nur sagen... Ich bringe Hermes regelmäßig Opfer, um Schiff zu... Oh, ich finde das noch Luft nach oben. Vom Prinzipiellen her. Was bekomme ich, wenn ich gewinne? Das Recht damit zu prahlen. Klasse. Es ist nicht das Ergebnis, das zählt, sondern die Übung. Ich dachte, den Weg in seine Spieldose. Naja, gut, dann nicht. Ich bürge für dich. Und du bürgst für mich. Ich bürge hier für gar keinen. Nachteile. Und Nachteile. Los! Wo muss ich denn jetzt eigentlich genau hin? Wettlauf. Machen wir mal bitte an, damit ich weiß, wo ich hin muss. Soll ich langsamer laufen? Soll ich mich vielleicht ein Bein abbinden, damit... Das... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ne? Aber längere Beine. Man vergisst leicht, wie wunderschön es hier ist. Wenn man sich so hart vorbereitet, meinst du? Bei all den Übungen kommt der Spaß zu kurz. Ich sehe doch, dass du mir etwas verschweigst. Vielleicht. Hier oben erinnere ich mich daran, im Jetzt zu leben. Ich verstehe, was du meinst. Wenn du Arnabas sagst, dass ein Seeungeheuer in deinem Ohr lebt, würde er es glauben. Klingt nach einem echten Dummkopf. Eigentlich ist er einer der ehrlichsten Menschen, die ich kenne. Das da ist die Insel Melos, wo so viele Krieger den Tod finden. In der Schlacht müssen wir vielleicht gegeneinander kämpfen. Und nur eine kann überleben. Na, du nicht. Ich habe mehr Soldaten, Söldner und Maskierte getötet, als ich zählen kann. Der Tag der Schlacht wird wie jeder andere Tag für mich sein. Du weißt nicht, wozu ich fähig bin. Du weißt nicht, wie sich der Tag für mich von anderen unterscheidet. Ich weiß, wer sich unterscheidet. Und wie? Er wird kürzer sein. Hm. Es war schön, dich kennenzulernen, Roxana. Doch jetzt müssen wir zurück in die echte Welt. Viel Glück bei der Schlacht. Dir auch, Heldin. Da, kein Glück. Also, nicht wirklich. So, dann haben wir das abgeschlossen. Wund der Bärchen. Rennbeinschienen. Super Name auf jeden Fall für ein Ausrüstungsstück. So, das war das. Sehr gut. Dann haben wir das auch. Und eigentlich, Melos, das ist hier. Waffenruf. Dann gehen wir da direkt hin, oder wie? Oder erst mal hier hin. Nehmen wir auch noch. Dein Herz auf Stein. Und wie man Freunde findet. Oh, und Attika haben wir auch was. Für Gelegenheiten sorgen. Nehmen wir auch noch was. Es sind schon viele. So. Uff. Ich würde sagen, ich mache jetzt das. Und dann machen wir noch ein bisschen Hauptstory weiter. Weil, muss ja auch sein, ne? Wollen wir noch ein bisschen weiterkommen hier. Oder mache ich jetzt erst mal nur Nebenmissionen? Können wir natürlich auch erst mal machen, bis die weg sind. Das dauert natürlich jetzt noch eine ganze Weile. Ich meine, es sind einige Nebenmissionen, die mir auf der Map angezeigt werden. Und ob das alle sind, weiß ich natürlich nicht. Hallo. Ich traf Roxane auf Hydrea. Sie sagte, wer an der Schlacht von Melos teilnehmen will, sollte mit dir sprechen. Das ist ganz richtig. Ich bin Dracios. Kassandra. Ich interessiere mich für diese... Wie hast du sie genannt? Die Schlacht der hundert Hände lockt Krieger aus der gesamten griechischen Welt an. Er hat gar nichts dazu gesagt, wie es heißt. Sie sind nur ein hübsches Sümmchen. Allerdings ist der Wettbewerb äußerst tödlich. Nur eine Person kann überleben. Mit Töten verdiene ich meine Drachmen. Diese Schlacht wird nicht anders sein. Für wahr. Du hast das Aussehen einer mythischen Heldin. Zukünftige Generationen werden mir zu Ehren Lieder singen. Wenn du an der Schlacht teilnimmst, hast du eine Chance, dich mit den Besten zu messen. Und weil die Schlacht von den mächtigsten und einflussreichsten Leuten in der griechischen Welt unterstützt wird, wird auch das Preisgeld immer höher. Wenn du damit die Leute meinst, an die ich denke, dann würde ich sie gern treffen. Und ein Wörtchen mit ihnen reden. In der Tat. Es ist die Art von Leuten, über die ich nie offen sprechen würde. Weißt du, du erinnerst mich an jemanden? Auch ein erbitterter Krieger. Ein Verwandter von dir vielleicht. Meinst du Demos? Dann steht der Kult hinter dieser Schlacht. Darüber darf ich nicht reden. Nicht mit einer Teilnehmerin. Aber wenn du die Schlacht der Hundert Hände gewinnst, sag ich dir alles, was ich weiß. Ich will an der Schlacht teilnehmen. Das dachte ich mir. Die einzige Regel ist, dass sich jeder Teilnehmer mit einem anderen Teilnehmer vorbereiten und für den anderen bürgen muss. Ich war schon bei Roxana auf Hydrea. Ich weiß. Sie wäre auch meine Empfehlung, da sie zu den aussichtsreichsten Kandidaten gehört. Naja. Bereitet euch zusammen vor, dann habe ich mit Sicherheit einen Platz in der Schlacht für dich. Woher stammt diese Tradition eines Kampfes jeder gegen jeden? Es begann mit der finanziellen Unterstützung der mächtigen Leute, die ich erwähnt habe. Metaphorisch kämpft jeder Teilnehmer gegen einen Hekatonchiren. Die Kreaturen mit 50 Köpfen und 100 Händen? So ist es. Wenn man alle Mitstreiter besiegt, ist es, als hätte man die Kreatur selbst besiegt. Eine ziemliche Leistung. Nichts, woran sich Schwache versuchen sollten. In der Tat. Was weißt du über Roxana? Sie entstammt einer langen Reihe von Titelanwärtern. Tatsächlich hat fast ihre ganze Familie schon versucht, die Schlacht der 100 Hände zu gewinnen. Ja, und keiner hat es geschafft. Blöd. Keiner war so talentiert wie Roxana, muss ich dazu sagen. Wie kamst du dazu, diese Schlacht zu organisieren? Ich war ein aufstrebender Händler in dieser Region, aber vom Glück verlassen, wie sich zeigte. Ich war einiges schuldig und mächtige Leute forderten eine Gefälligkeit ein. Am Ende war das ganz gut für mich. Kampf-Sport ist ein großes Geschäft auf Melos. Diese mächtigen Leute, von denen du sprichst, sie sind vom Kult des Kosmos, oder? Die Mysteriösen. Du willst sie treffen. Ich weiß, aber das muss noch warten. Und töten? Wie lange? Auch noch. Ich bleibe in Kontakt mit meinem Sieger. Wenn du die Schlacht gewinnst, können wir das beim Sieger-Umtrunk besprechen. Dann mach ich mit. Ich bin jetzt bereit. Gewiss. Roxana sagte, die Vorbereitung lief gut. Triff mich hinter den Stadttoren. Die Schlacht wird bald beginnen. Warum muss ich den jetzt irgendwo anders treffen? Hat er noch irgendwas anderes vor? Will er mir seinen Speer zeigen, oder? Na gut. Na Mensch, die Stadttore sind aber weit weg. Das ist aber noch nicht die Arena, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier ausrüsten kann. Nee, kann ich nicht. Ach, scheiße. Doch, kann ich. Ich kann zumindest mein Schwert verbessern. Was ja auch erstmal jetzt, glaube ich, mit das Wichtigste wäre, was ich mache. Ich brauche halt mehr Holz. Ich brauche generell mehr von allem einfach. Okay. Weiß ich Bescheid. Danke, Raphios. Sei bereit. Kommen wir beim nächsten Mal dann. Oder so. Nachgriff, bald. Wir haben uns hier versammelt für die Schlacht der Hundert Hände. Wieder einmal sind imposante Krieger aus der ganzen griechischen Welt gekommen, um ihre Kraft und ihr Können gegen die besten Gegner zu testen. Ob es das schärfste Schwert der Athener Armee ist oder der breiteste Schild, den Sparta aufbieten kann. Sie alle stehen hier allein gegen viele. Auf dem Höhepunkt treffen die letzten beiden auf einem speziellen Schlachtfeld aufeinander. Doch nur einer von ihnen kann siegen. Lasst die Schlacht der Hundert Hände beginnen. Benjamin ist auch hier. Na guck. Na dann, lass uns kämpfen. Na guck mal. Währenddessen noch was entdeckt. Ey, bevor die sich gegenseitig töten, hab ich die ja schon dreimal getötet, ey. Er ist nicht. Reicht's mir mit euch? Wenn ihr jemanden kriegt, dann bin ich das. Während er ihn tötet, töte ich einfach ihn. Achso, ich vergesse aber, dem kann ich ja nicht ausweichen. Gib mir mehr. Mehr? Mehr? Da. Mehr. Ein Viertel der Teilnehmer ist tot. No. Die Frage ist, wo sind die anderen Teilnehmer hin? Jetzt muss ich die auch noch suchen, oder was? Das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Ich meine, wer soll schon übrig bleiben als letztes? Wird es Eroxana sein und sie? Sie kämpfen mit Obsidian-Schwertern? Die würde ich mit bloßen Fäusten schlagen. Hm. Jetzt sehen die auch alle dazu? Ich bin mir nicht sicher, aber die kämpfen, also wahrscheinlich, ne? Na, wir gehen mal hin, wir gucken einfach mal. Wenn hier einer tritt, dann wende ich das. Macht mich schon ein bisschen wütend, ne? Wenn ich ganz ehrlich sage. So, rennen die jetzt mit dazu, oder nicht? Ich töte die einfach. Gut, so mal ehrlich, bringt den jetzt auch nicht viel. Zusammen, nicht zusammen, tot sind sie trotzdem. Schon mehr als die Hälfte, aber okay. Ich hole mir jetzt erstmal die Schätze. Ich habe keine Zeit für die Scheiße da. Mir ist so einfach. Tö rö, tö rö, tö rö. Benjamin, du kleiner Elefant. Überall und im ganzen Land bekannt. Oder so, irgendwie so geht der Text. so great frage ist ja trotzdem wo sind sie jetzt alle hin die sind alle tot da gehen wir mal stehen bevor sie tot sind hallo hat er gedacht kann er sich weg wollen aber nichts kann er ja 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 Und du bist tot. Töte alle Anwärter der Schlacht. So, mach ich. Gar kein Problem. Dennis kann nur einen geben. Wir sind auch Highlander. Oh, nee, warte. Bloß blocken. Mach dein Schild einfach weg, ganz ehrlich. Noch ein Signal. Es ist fast vorbei. Ja. Fragte er, während er startet. Na gut. Oh, riecht nach fauligen Eiern. Höre. Höre. So. Ich mag das, wenn die weggeschnitzelt werden. So, da sind noch Wäsche. Läuft da einfach alleine rum mit seinem Hund. Manchmal ist das hier auch ganz komisch, ne? Hey, was soll ich machen? Hat eigentlich den Wolf getroffen. Fährt jetzt los. Bisschen aggressiv, ne? Ein paar Schläge muss man halt auch einstecken, sonst macht es keinen Spaß. Äh. Kackt der Bär gerade, oder? Was ist hier los? Boah, ich bin schon bewusst, dass ihm Bär mitgenommen hat. Ist das nicht ein bisschen unfair? So, den anderen gegenüber? Oh. 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 Ich glaube, der Bär ist hier der wahre Endgegner. Ei, 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 ei. So, tschüss. Töre. Warum kommt kein Töre? Heißt, die sind jetzt direkt getötet? Ach, Scheiße. Wo ist denn Töre? Töte alle Anwärter. Na, wo sind denn die anderen? Ach, da hinten. Oh Gott. Die sind ja alle hier am Arsch der Welt verteilt. Machen die nix, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Gehören die alle mit dazu? Komm, so ein. Ich werde es da rausfinden. Irgendwie hätten sie es auch machen können. Es wäre einfach ein großes Schlachtfeld. Und da sind alle drauf. Aber jetzt muss ich da nach oben klettern, weil da irgendwelche Leute sind. Also was ist denn das für ein Schlachtfeld? Ist einfach ein ganz Griechenland, oder was? Die könnten ja auch zu mir kommen. Aber nee, ich muss zu denen, natürlich. Oh, verpiss dich. Oh, nein. Oh. Der ist auch untergeflogen. Ach, komm. Jetzt ob ihn das Schild redet. So, dann komm mal her. Wieder an die Klippe. Na ja, komm her. Guten Flug. Okay, das kam unerwartet. Jetzt fliegt er runter. Mein Gott, ey. Die Spartaner, die können auch sehr gut Ratz erlaufen. Ich muss aber mal wieder Fähigkeitenpunkte verteilen, sehe ich gerade. Alle drohen. Roxana. Jetzt. Unvorhersehbar. Der Akt findet im Schatten des Vulkans im Osten statt. Okay. Unsere Vorbereitung hat sich wohl gelohnt. Ich wollte gerade dasselbe sagen. Genug geredet. Unsere Geldgeber wollen einen Sieger. Bringt es zu Ende. Man kann seinem Schicksal nicht entkommen, Söldnerin. Wir können die Waffen niederlegen. Wir müssen nichts beweisen. Das ist unerhört. Roxana. Nur eine von euch kann gewinnen und die Schlacht für sich entscheiden. Wir müssen uns nicht umbringen. Denk an das Preisgeld, Roxana. Denk nach. Alles, wovon du je geträumt hast, ist zum Greifen nah. Wir können einfach gehen. Nur eine von euch wird als Legende gehen können. Du wusstest von Anfang an, was auf dem Spiel steht, Cassandra. Tu das nicht. So kurz davor. Genug. Bringt es jetzt zu Ende. Nein. Roxana. Wir entscheiden, wie es endet. Nicht er. Dann beenden wir es gemäß der Tradition. Es kann nur einen Sieger geben. Wenn das vorbei ist, werde ich Athena zu deinen Ehren ein Opfer bringen. Du widerliche Rasse. So, dass sie gewinnt, glaubst du nicht wirklich, ne? Denkwürdigen Kampf liefern. Hint nicht. Spielen wir keine Spielchen mehr, was? Nein, tun wir nicht. Ja. Lass es deinen Kampf an, den man sich erinnern wird. Huch. Erst mal das Schild wegmachen, weil es geht mir eh schon die ganze Zeit auf den Sack. Warum kann die mich eigentlich schlagen, wenn ich sie schlage? Das macht gar keinen Sinn. Huch, komm her. Huch. Sie kann auch einfach Dinge tun. Was? Auf einmal ist die auch viel besser als in der Übung, ne? Huch. 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 Also nicht gut genug, aber... Man kann zu langsam wechseln. Also habe ich mich verdrückt. Scheiße. So. Ja. Gibt's da auf? Ja. Offensichtlich. Abgeworden. Mach's gut, tapfere Kriegerin. Gut gemacht, Söldnerin. Gut gemacht, Söldnerin. Du solltest jetzt für die Zeremonie in die Stadt zurückkehren. Zuerst will ich die versprochenen Informationen. So läuft das nicht. Keine Spielchen. Sag mir, was du über den Kult weißt. Um ehrlich zu sein, die Schlacht der hundert Hände war schon immer als Falle gedacht. Wir veranstalten sie seit Jahren in der Hoffnung, die Schwester des Kriegers Demos herauszulocken. Oh, Glück gehabt. Du hast mich gefunden. Wie ich vermutet habe. Und du weißt, wozu ich fähig bin. Gewiss, das weiß ich. Ich habe heute schon viele getötet, Rakios. Einer mehr fällt nicht ins Gewicht. Heute verdiene ich mir einen großen Bonus von den Maskierten. Ich hätte das gerne woanders erledigt, aber... Ich werde gerade erst warm. Im Ernst? Du hast gesehen, wie ich die alle getötet habe, aber trotzdem... Na gut, mir soll es egal sein. Ach, der hat noch ein Schild. Scheiße. Da müssen wir erst mal gegenarbeiten. Weil Schild ist ja scheiße. Scheiße. Ja, ja, bla, bla, bla. Mach's doch. Na dann. Wenn du es sagst, dann wird es schon stimmen. Oh, guck mal, ich bin vergisst. Das ist aber jetzt ärgerlich. Oh, nein. Hast du das Geld für den Fährmann? Huch. Er hat das Geld für den Fährmann. Und sonst scheiße. Er macht aber auch Schlitz-Schlitz, ne? Hm. So. Warum lieb ich denn jetzt auf? Achso. Nee, warte. Erfolgreich. Oder so. Haben sie ja gefunden. Habe denen jetzt nichts gebracht. Aber. Na, also. Schön. Machen wir das doch. Beendet. Okay. Dann. Schauen wir mal kurz. Hier ist nix. Doch da ist noch was. Also hier hätte ich noch. Würde mal sagen. Aber wir gehen mal kurz nach Kephalin jetzt zurück. Weil hier ist ja auch noch irgendwas, ne? Ich weiß nicht, was das hier ist. Was ist denn die Flucht aus dem Alltag? Hm. Hm. Weil ich weiß auch nicht. Und ich kann auch einfach alle Nebenmissionen. Ich bin mir halt nicht sicher, ne? Also hier wird richtig grausig. Weil hier gibt es sehr viele Nebenmissionen. Wie man sieht. Ähm. Hier kann ich nur mit dem Schiff hinfahren. Und mein Schiff steht immer noch einfach hier. Aber warte mal. Auf die andere Insel kann ich glaube ich auch noch mit dem Schiff, ne? Wo der andere Dude ist. Ja. 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 Schade, dass ich hier keine weiteren Informationen irgendwie bekommen habe. Oder wobei. Ich gucke nochmal nach. Aber ich glaube nicht tatsächlich. Nö. Oh, hier gibt es einiges, ne? Oh. Einige Sachen. Da muss man halt ein bisschen mehr finden. Für die hier. Aber ich glaube, wenn du die tötest alle, dann hast du es, glaube ich, ne? Ja, wahrscheinlich. Genau, dann entdeckst du die nämlich. Aber da musst du erstmal die alle freihalten. Na, wir werden mal gucken. Ähm. Ja. Wir werden mal gucken. Würde ich sagen. Ich mach halt schon drei Stunden Nebenquests, ey. Über drei Stunden. Drei Stunden. Drei Stunden. 30 Minuten. Ich glaube, ich mach die beiden Nebenquests noch. Und dann mach ich vielleicht noch welche. Ich muss mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Wir sehen uns dann bei der Auswahlzeremonie, meine Damen. Vor allem hoffe ich, dass du kommst. Lass mich raten. Er ist reich. Das ist Aetios. Der Spross der einflussreichsten Familie auf Chaos. Und morgen ist die Zeremonie zur Wahl seiner Gemahlin. Ich brauche Eros Segen, damit er mich wählt. Du willst sein Vermögen heiraten? Nein, meine Liebe gilt Aetios, nicht seinem Reichtum. Na klar. Selbst wenn deine Liebe für ihn echt ist, haben die Drachmen sie verstärkt. Nein, ich liebe ihn wirklich. Bete lieber wie alle anderen auch. Nein, ich muss ihm auffallen. Wenn ich dasselbe mache wie alle anderen, werden mich weder Eros noch Aetios erwählen. Ich muss etwas tun. Egal was. Irgendwas? Irgendwas? Ja. Egal was. Eros? Bitte. Seine Ohren sind taug vom Geplapper dieser Frauen. Die ist sass. Ich bin eine Hexe der Hekate, der Göttin der Zauberei und Magie. Ich habe das Richtige für dich. Einen Liebestrank. Ich kaufe ihn dir ab. Bitte verkauf ihn mir und lass es die anderen nicht hören. Ich brauche dein Geld nicht. Ich verkünde Hekates Werk kostenlos. Aber ein Liebestrank wird für den Kunden maßgeschneidert. Ich muss ihn erst braun. Nur für dich. Und sobald der letzte Tropfen deine süße Kehle benetzt hat, strahlst du eine pure, unwiderstehliche Schönheit in sich. Aetios wird sich sofort in dich verlieben. Zuerst brauchen wir zwei Dinge. Ein Fass vom besten Wein und ein paar wilde Pilze. Wo kann ich das auf die Schnelle finden? Ich bin sicher, die Söldnerin wird es dir gerne besorgen. Bitte, Söldnerin. Bitte, du musst mir helfen. Im Namen der Liebe und für einen Haufen Geld. Ich gebe dir alles, was ich habe. Wenn Aetios mich wählt, werde ich dir sogar noch mehr geben. Ja, genau. Dann hat sie genug Geld. Schön. Ich besorge die Zutaten für deinen Liebestrank. Der beste Wein ist ziemlich vage. Wo finde ich ihn? Kürzlich ist ein Schiff mit teuren Weinen an Bord gesunken. Sieh dich im Wrack in der Piratenbucht um und du findest ein paar Fässer. Wenn sie nicht schon von Piraten gestohlen wurden. Das Wrack liegt vor der Westküste der Insel. Wo finde ich diese wilden Pilze? Nein, nein. Eine Lieferung ganz spezieller Pilze ist im Zolllagerhaus. Wir haben alles eingetroffen. Hol mir ein paar von denen. Das reicht. Ich werde alles besorgen. Exzellent. Triff uns beim Tempel auf dem Hügel, wenn du fertig bist. Na klar. Mach ich. Äh, was mache ich denn als erstes? Wir gehen erst mal da hin. Wild, wild Pilze. Ganz wilde Pilze sind das. An Wildigkeit nicht zu überbieten. Ist das hier ein Sperrgebiet eigentlich? Bin mir nicht sicher, aber bestimmt. Wenn es hier diese Vorrede gibt, dann auf jeden Fall. Das Lager der Hafenbehörde. Suche ich mal nach diesen Pilzen. Die Hafenkleisterei. Ich muss mal gucken, ob hier noch mehr... Ich glaube, die sind alle unten. Dann ist mir das eigentlich egal. Scheiße, da ist da einer. Ich glaube, die sind auch wirklich nicht essbar. Ich glaube, die bringen die um. Aber ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, die stirbt. Aber vielleicht auch nicht. Also bei irgendeinem Rätsel weiß ich auch nicht, was das war. Ich glaube auch, ich muss die Sachen machen, um noch mehr über die Kultmitglieder herauszufinden. Obwohl, manche findest du so. Ich habe die einfach nur nicht gemacht. Weil ich dann keinen Bock mehr hatte. Weil irgendwann habe ich ja die Lust des Spiels ein bisschen verloren. Noch gar keine? Doch. Okay, warum? Wow. Ich dachte, der gibt ein bisschen mehr Regenwehr. Habe ich mich wohl ein bisschen getäuscht. Das ist ein letzter Kass. Nein, nein. Ist abgeprallt an meiner Rüstung. An meiner Rüstung der Rüstigkeit. Habe ich das auch? Hm. 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 Wein und wilde Pilze. Das war alles. Ich sollte jetzt zu den Mädchen und der Hexer am Tempel. Ja. Zenvigo zurück. Zu den beiden. Aber ich glaube... Oh, sieht man die nicht nochmal später im Spiel? Ich glaube schon, da ist die woanders. Und dann hat da nochmal irgendwie Regen und nochmal drüber, was das sollte. Und hier und da. Irgendwie so ein Vögel fand's. Oh, warte mal. Jetzt bin ich wieder hier. Hier war das Rätsel irgendwie. Ich weiß gar nicht... Ich finde das zwar, aber ich glaube, da kann ich's noch nix mit machen oder so. Okay. Kein Rätsel. Hier ist alles, was du wolltest. Ich danke dir vielmals. Nun brauche ich noch ein persönliches Artefakt. Die letzte Zutat. Gut, jetzt ziehe ich es auch durch. Was brauchst du noch, Hexe? Nein, nein. Sie kann mir geben, was ich brauche. Was es auch ist, ich gebe dir, was du brauchst. Wir brauchen nur eine kleine Strähne deiner schönen Locken. Dein Tal ist erledigt, Söldnerin. Komm zur Auswahlzeremonie bei Aetios Haus, um die Früchte deiner Arbeit zu sehen. Es ist das mit dem schönen... Ich stirb sowieso. Muss kommen. Sobald Aetios mich ausgewählt hat, werde ich dich für deine Dienste bezahlen. Bezahl mich mal lieber jetzt. Also es wäre schöner, wenn sie mich jetzt bezahlt. Ich bin ganz ehrlich. Aber gut. So. Schmere Mumie. So. Wo muss ich denn hin? Beginnt morgen Nacht. Ist es das? Ne, das ist die andere Quest, oder? Muss ich? Ich muss jetzt bis da warten. Kann man die Zeit verstreichen lassen? Bin ich mir nicht sicher. Dann mache ich jetzt die Quest und dann gehen wir wieder dahin. Ich muss mal gucken, ob man irgendwie Zeit verstreichen lassen kann oder nicht. Aber ich glaube nicht, ne? Wobei das halt immer schon wichtig ist, finde ich, dass du Zeit verstreichen kannst. Warten kannst einfach. Was macht ein kleines Mädchen in einer Tongrube? Oh, eine Söldnerin. Hallo Söldnerin. Ich bereite hier nur etwas für meine Freunde vor. Ich war schon den ganzen Tag hier, aber ich brauche noch mehr Ton. Ich brauche nämlich genug für alle. Du bist in einer Tongrube. Deine Freunde werden sauer auf dich sein, wenn du ihnen Dreck schenkst. Dumme Söldnerin, das will ich ihnen doch nicht geben. Ich will ihnen was ganz anderes schenken. Du bist sehr großzügig. Den Tod. Was willst du ihnen denn geben? Ich schenke ihnen schicke Schmutzstücke. Ah. Du meinst Schmuckstücke. Hab ich doch gesagt. Du siehst nicht aus, als könntest du dir das leisten, ehrlich gesagt. Ich weiß. Deshalb wollte ich glänzende Steine aus den verlassenen Minen holen und ein paar Perlen aus der Lagune. Aber ich brauche schon den ganzen Tag für den Ton und die verlassenen Minen sind ziemlich gruselig. Kannst du mir helfen, Geschenke für meine Freunde zu machen? Sie würden sich freuen und dann freue ich mich. Bitte, ich mach dir auch Schmutzstücke, wenn du mir hilfst. Gerne doch, junge Dame. Ich besorge dir die schönsten Perlen und glänzende Steine. Und gegen ein paar Schmutzstücke hätte ich auch nichts. Ja, danke. Du bist sehr nett für eine so große, unheimliche Person. Die Perlen, von denen du sprachst, wo kann ich sie finden? Nördlich der Tongruben. In der Lagune. Die liegen einfach so im Wasser rum, aber da sind auch ein paar große Haie. Sei bloß vorsichtig. Wo sind diese verlassenen Minen mit den glänzenden Steinen? Die Mine ist auf der Wiese, westlich vom Tempel. Mal gucken, was ich finde. Wo sind deine Freunde? Die kommen bestimmt bald. Nicht mehr lange. Lauter, ich kann dich nicht hören. Ach egal, ich stell sie dir später vor. Na klar. Also gut, mehr muss ich nicht wissen. Gut, dann holen wir mal Perlen und Dinge. Funkel, funkel, glister, glister. Dann stelle ich dir meine Freunde vor. Danke, Söldnerin. So, dann schauen wir mal. Warte auf die Ceremonie. Jetzt muss ich echt einen Tag warten. Boah. Uff. Wissen nicht auch hier so einen Zyklopen gegen den wir kämpfen? War so ein richtiger? Oder war das in einem anderen Spiel? Mir kommt... Das war doch ein Assassin's Creed. Das Mädchen sprach. Ach, Mann. Hai. Leider, als ob Hai-Happen so weit unten ist. Alter, manchmal ist die Anzeige aber auch ein bisschen buggy, ne? Alter, hier sind so ein Drecksvolk. Alter, ich treffe auch den nur, wenn ich da millimetergenau arbeite. Na, jetzt kam ein Achtel, leg mich doch am Arsch und haue ich gleich. Achso, ich habe die Perlen schon. Dann bin ich wieder hoch. Tschüss. Ach nee, ich brauche mehr Perlen. Ah, okay. Ja, dann. Ich brauche mehr Perlen. Kein Problem. Mehr Perlen. Hier gibt es keine Perlen, ne? Hä? Hm. Der ist aber verrückt, jo. Ja. Ja. Okay, ich war auf, Schatz. Oh ja. Das sind genug Perlen. Na dann. Genug ist genug. Aber gut, der Hai ist ein bisschen verwirrt. Macht nichts. So, glänzende Steine gibt es in den verlassenen Minen. Westlich der Athena, äh, des Athenens. Da sollte ich auch nicht den Schild da irgendwie, die Statue. Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Ah, die Mienen. Dort gibt es die glänzenden Steine. Yes. Yes. Doppelt yes. Hm. 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 Guck mal, jetzt gehen wir doch noch in den Minen rein. Und da ist der Schatz. Ein kleiner Schatzfratz. Gänzende Steine. Hm. Keine Ahnung. Irgendwas war da. So, jetzt muss ich natürlich danach suchen, beziehungsweise es finden. Ist gar nicht so einfach. Weil noch habe ich nichts gefunden. Jetzt habe ich es eingefunden. tippitoppi. Tippitoppi. Ich habe Perlen und glänzende Steine. Jaha. So, mittlerweile müsste Tag sein. Das heißt, wir müssen nur noch einen Abend warten. Ist das schon. Boah, in Valhalla funktioniert der Vogel anders. Das ist voll nervig irgendwie. Man ist es so gewohnt, dass halt automatisch die Sachen irgendwie markiert werden. Aber das hat jetzt am Anfang noch nicht geklappt. Vielleicht kommt das später. Das kann natürlich sein. Das war aber strange. So viel kann ich sagen. Wer ist strange, war das? Da denn? Ein Zauberstein. So, mein Liebschen. Ich habe alles. Sie ist früher gekommen, als ich gedacht hätte. Söldnerin! Du kommst gerade rechts. Meine Freunde sind endlich da. Ich sehe hier niemanden außer uns. Was? Dumme Söldnerin. Siehst du sie nicht? Sie sind gleich da drüben. Der auf der linken Seite ist Theo und die auf der rechten Seite ist Erla. Die sehen nett aus. Aber ich glaube kaum, dass sie wirklich als Freunde zählen. Wie meinst du das? Das sind meine Freunde. Ich habe sie gemacht. Das weiß ich ja, aber... Martha meinte, ich soll mir Freunde machen. Und das habe ich. Aber so macht man sich keine Freunde. Sag deiner Martha! Ich kann nicht! Sie ist Todsöldnerin. Martha ist tot. Sie ging zu den Piraten und hat versprochen, so viele Drachmen mitzubringen, dass wir darin schwimmen können. Aber eines Tages ist sie zurückgekommen, Söldnerin. Ihr weißer Lieblingschiton war ganz rot. Und sie sagte, ich soll für mich selbst sorgen und mir Freunde machen. Aber... Ich hatte doch noch nie Freunde. Ich wusste nicht, was sie meinte. Und dann habe ich ganz, ganz doll nachgedacht. und mir Freunde aus Ton gemacht. Habe ich einen Fehler gemacht? Martha ist doch nicht böse auf mich, oder? Das wollte ich nicht! Das wollte ich nicht! Nein, Kind. Nein! Das war sehr gut. Deine Martha wäre stolz auf dich. Freunde gibt es in allen Formen und Größen. Ich habe einen Adler. Hätte es auch einen Stein nehmen können. Aber woher hat sie eigentlich den Adler? Ist er hier zugeflogen? Hat sie den gefangen genommen? Man weiß es nicht. Es tut mir leid, Kind. Ich wollte dir nicht das Herz brechen. Auch wenn die Wahrheit gut für dich wäre. Ich habe ein Schmutzstück. Na, das freut mich jetzt aber mal ungemein. Ja, gut. Dann muss ich jetzt anscheinend... Ja. Hm. Das Problem ist ja tatsächlich... Ist halt schon problematisch, ne? Bin ich mal ganz ehrlich. Weil es macht eigentlich jetzt wenig Sinn, von hier zu gehen, um dann halt wieder zu kommen. Aber... Was soll ich machen? Ja, nicht anders. Gut. Gut, 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 gut. Milos war ich. Serifos haben wir auch. Dann gehen wir mal straight die Line nach oben. Ach so, hier ist es mit dem misteriösen Bauwerk. Aber hier ist auch der komische Styropor, der wir töten sollen. Ähm, dann gehe ich jetzt hier. Ne? No, Sklavenverdacht. Hier sind noch drei andere Sachen und danach kann ich glaube ich wieder zurück und hier abgeben. Denke ich mir mal. Zumindest. das ist ein bisschen oder man kommt auch einfach gar nicht rein doch kommt man aber die schätze anscheinend überhaupt gar kein deswegen ist das auch egal stimmt 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 jetzt wo ich mich gerade dran erinnere an den art dings ich habe doch hier ein sperr bekommen der eventuell gar nicht mal so scheiße ist mal gucken und zwar den hier könnte schon nicht schlecht sein 100 prozent schaden aber gesundheit begrenzt auf 25 prozent nein das finde ich scheiße das ist nicht gut spieße ich mir quasi ins eigene bein ist ja dumm ich glaube nämlich 25 prozent leben ist ein bisschen wenig möchte ich meinen so abgeschlossen du sagst dass jemand hat etwas gestohlen jemand hat etwas gestohlen sie dich um banditen haben fast alles mitgenommen ich war es nicht ich schwöre ich trage etwas von meiner mutter bei mir ich weiß den wert von familien erbstücken zu schätzen es ist komisch dass objekte echte gefühle in uns hervorrufen können nicht wahr wie viel ist dir diese vase wert ich würde eine beträchtliche summe dafür bezahlen eine äußerst großzügige summe traust du dir zu meine vase zu finden ich will deine vase aber ich brauche einen anhaltspunkt wo ich suchen soll sprich mit meinen sklaven an den lager ich bin vasilinologe ich komme wieder wenn ich die vase habe so die wollen wir natürlich jetzt verfolgen halt stopp dein herr sagte du hättest vielleicht etwas über die vase erfahren habe ich doch ich brauche etwas von dir bevor ich darüber reden kann ich habe eine vereinbarung mit einem herrn wir stehen auf derselben seite also sag mir was du brauchst du bist eine rose unter unkraut also was brauchst du wenn du die vase beschafft hast dann sag meinem herrn bitte dass ich den banditen den tipp gegeben habe warum solltest du das wollen nach der sommer sonnenwende will mein herr mich frei lassen aber ich will nicht gehen wenn ich eine teilschuld für das verbrechen übernehme kann ich ihm meine dienste als wiedergutmachung anbieten das ist lächerlich aber ich denke darüber nach nun erzähle mir von den banditen die anderen sklaven aus der gegend sind sicher dass banditen von den nördlichen ausläufern des berges ochi für die überfälle verantwortlich sind ochi schmochi die nördlichen ausläufer des ochi kannst du auch etwas genauer sagen wo ich suchen soll die sklaven sprachen von einer kupfermine in der gegend dort würde ich mich verstecken wenn ich ein bandit wäre ich bin neugierig warum freust du dich nicht über deine freiheit bei meinem herren habe ich eine aufgabe verantwortung essen und ein dach das hätte ich alles nicht wenn ich allein wäre verstehst du wenn du frei bist kannst du all das erwerben weißt du wir haben verschiedene lebensumstände und fähigkeiten sollten und hier habe ich nun mal die besten überlebenschancen ich finde die banditen und hole die vase deines herrn und bitte vergiss unser gespräch nicht wenn du sie ihm zurückgibst ich meine es ist ja sein wunsch ich glaube tatsächlich manche manche menschen wir hatten ja auch keine andere war wenn die immer in der sklaverei waren in den ging es ja vielleicht auch gar nicht schlecht also so wie er halt gesagt hat strange ist es trotzdem muss man mal sagen es hat die frage ob ich jetzt alle töten muss also müssen wahrscheinlich nicht aber können die mine wenn der sklave recht hat ist die vase hier ach du scheiße nur beeindruckt wenn ich jetzt schon mal hier bin dann kann ich ja theoretisch auch einfach die schätze plündern ich glaube der ist drin oder wahrscheinlich wahrscheinlich wenn ihr bleibt man liegen man wo ist er denn hingeflogen das ist doch muss er in bababab wenn ich das schon wieder sehen kisch ausfüllen kühlschrank ausfüllen immer auch schon eine frechheit was sind denn die anderen gefahren denn hier sind gar keine mehr oder die sind drin das ist was anderes und hier kann ich eh nicht weg hier kann ich ja eh nicht weg teleportieren weil ich bin ja in einer kopfermine in einem begrenzt schweren bösen bereich und da habe ich das nicht ja komm jetzt lauf ich den weg da einfach hin ist schon okay aber ich glaube also das reicht ja immer noch nicht muss ja abends zurück ne aber ich finde die farben manchmal voll komisch wenn es dunkel ist schon sehr wild hast du meine vase ja großartig wer hatte sie dein sklave hat den banditen gesagt sie sollen dein haus plündern und die vase stehlen was kann das wahr sein ja meister wenn du mir erlaubst den schaden abzuarbeiten ich abarbeiten niemals jetzt wird er ihn rausspacht anstatt dass er ihm jetzt sagt dass er das nur gemacht hat genau deswegen oder behauptet aber er wollte dass so gerade wenn man glaubt jemanden zu können hier ist eine bezahlung aber wir können das auch nicht klarstellen wir lassen es einfach so stehen dann ist es wie es ist naja machst du nix ja bitteschön warum kann ich hier keine schnellreise machen vielleicht kriege ich die drei missionen ja hin und dann ist abends wenn natürlich zeitlich tippitoppi und dann rennen wir mal schauen Ich glaube, das sind Missionen immer für den momentanen Machthaber in der Stadt, ne? Ich glaube schon. Mich also nicht wirklich. Hallo. Hm. Oder sonst. Oh weiss. Wir kontrollieren das Land mit Bestechungen und Erpressungen. Sie sind der Grund dafür, dass ich die Aufzeichnungen aus dem Lagerhaus brauche. Ach du Scheiße, die Messer, Junge. Ich bin zu alt, um in das bemachte Lagerhaus einzubrechen. Vielleicht könnte dich der Glanz einiger Drachmen dazu bringen, mir zu helfen. Ich besorge sie dir. Vielleicht bist du die Einzige, der man auf Uiboya noch trauen kann. Ganz sicher, sogar. Wo kann ich diese Aufzeichnungen finden? Ich werde Beweise brauchen, um den Anführer der Messer zu finden. Ein paar Aufzeichnungen reichen nicht. Du findest sie verteilt im Lagerhaus und überprüfe auch den Anführer der Wache. Wichtiges trägt ja immer am Mann. Was kannst du mir über den Mann hinter den Messern sagen? Es ist nicht sicher, dass er ein Mann ist. Nur sein Ruf ist gesichert. Er ist brutal und wird von Gier getrieben. Er ist die Schlinge um Uiboyas Hals. Wenn wir nicht herausfinden, wer er ist und ihn aufhalten, droht uns das gleiche Schicksal wie Uiboya. Der Untergang. Die Messer. Ein dramatischer Name. Hat das einen Grund? Sie stechen ungesehen und ohne Ehre aus dem Schatten heraus auf das Land ein. Sie bluten es aus. Der Name ist dramatisch. Ein bisschen. Ich finde die Aufzeichnungen. Die Wachen haben keine Chance. Die verdienen sie auch nicht. Damit Uiboya überlebt, müssen die Korruption und jene, die sie fördern, ausgelöscht werden. Ja, 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 ja. So, ich werde jetzt erstmal, bevor ich das mache, mir nochmal meine Fähigkeiten angucken, weil ich kann ja Dinge tun. Wir können einfach mehr Attentatisieren. Halt ich nur mal ein präzises Attentat zu verüben. Nein, das ist eine Fähigkeit. Vielleicht sollte ich das hier nehmen. Als Attentat? Keine Ahnung. Töte lautlos, verringere die Geräusche der Bewegungen. Aber den Schatten will ich gar nicht machen können. Das sind halt alles Fähigkeiten. Das ist doch doof. Durch Attentat verschwinden sofort und können von niemandem. Guten Abend. Wie geht's? Wie steht's? Das ist vielleicht nicht schlecht. Kann schon hilfreich sein. Was ist mit dem Spiel los? Muss. Nee, warte. Das ist der flammende Angriff. Das mache ich trotzdem. Muss, muss, muss. So ein bisschen die Assassin's Creed-Reihe wieder am durchspielen. Okay, da ist was, da ist was und da ist was. Es sind ja auch nur zwei, drei Wachen drin. Naja. Oh. Von, äh, Assassin's Creed, ja, da hab ich die Add-ons. Ich hab sie damals nicht gespielt. Aber das, äh, hol ich dann in dem Zuge gleich nach. Ja, ja, ich am besten ist, ich mache euch alle kaputt, weil ich glaube, das ist eine gute Idee. Schleichen gibt's noch nicht. Das wurde in Griechenland noch nicht erfunden. Wäre auch unrealistisch, wenn eine Söldnerin schleift. Ja, klar, da gab's das alles noch nicht so weit, äh, aber auch im Nachhinein nicht gespielt. Aua. Ich hab bis auf ein paar Ausnahmen ja die ganze AC-Reihe nochmal gespielt. War mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich Odyssey spiele, weil es ist halt ein großes Spiel und man hat auch nicht auf alles nochmal Bock. Mach ich schon. Wann kam das Spiel raus? Seitdem hab ich Pause gemacht. Also ich hab's halt einmal durchgespielt und dann war okay. Weil dafür ist mir das Spiel, oder sind mir die Spiele tatsächlich auch ein bisschen zu groß, um die öfter zu spielen. Also vor allem sowas wie Odyssey und Vanala oder so. Also ich hab' zumindest damit angefangen, dass ich mir, ähm, zumindest mit ner Mod die ganzen, äh, Schnellreisepunkte synchronisiert hab. Das ist schon cool. Unrealistisch, aber cool. Ähm, damit ich halt nicht das auch noch machen muss, weil dafür ist mir das Spiel einfach auch viel zu groß. Vielleicht hilft das Agapius, den Anführer der Messer zu finden. Es ist halt schon sehr, sehr riesig. Weil Halle hat nochmal irgendwie eine Schippe draufgelegt, gefühlt, aber das macht's, also es macht sehr, sehr viel leichter. Es macht's auch ein bisschen angenehmer, weil du kannst einfach überall eine Schnellreise hin machen. Jetzt kann natürlich der ein oder andere sagen, ja, aber, hm, dann geht das ja Kundenflöten, aber wenn du das Spiel schon mal gespielt hast, ich glaub, dann musst du nicht mehr viel, dann erkundest du nicht mehr, dann machst du vielleicht die Fragezeichen, wenn du Bock hast, aber erkunden auch nicht mehr viel. Das hab ich im Black Flag gemacht. Nee, jetzt nicht mehr so, aber das kann man ja trotzdem machen, also das ist ja, spießt das ja nicht aus, ne? Nicht jeder von uns hat den Luxus dieser Wahl. Man deckt ja nicht alles auf, wenn du die Schnellreisepunkte synchronisierst. Es gibt ja immer noch Teile der Map, die nicht aufgedeckt sind. Besonders jetzt, da Olboja von den Messern beherrscht wird. Sie werden allein von Gier getrieben. Wenn sie niemand im Blick behält, enden wir alle als klar. Ja, warum nicht? Ich glaube, ich hab meinen ersten Playthrough, der war knapp 50 Stunden. 50 Stunden mit 90% Sinkronisation. Mehr hab ich dann auch nicht gemacht. Weil mich das am Ende ein bisschen genervt hat. Du bist gerade dabei, dem Endgegner hinterher zu hotten und dann kommen die auch. Guck mal, ich hab mal eine Quest für dich. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Nö. Das stimmt. Mehr kann da tatsächlich nicht passieren. Wenn es einem Spaß macht, dann ist ja alles richtig. wenn der andere Controller kaputt ist, dann ist das Controller natürlich eine gute Sache. Kopfgeld, Sonny. Mach ich vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ich will ja eigentlich nur Infos haben. Also generell auf jeden Fall. Ich finde Sklaven machen das Leben einfach auch deutlich besser. Da hat er schon recht. Muss man einfach auch mal sagen. Hört auf diesen Mann. Ich bin ein Bild und das zusammen was und hab gemerkt, ich bin erst durchblöd. Kommt drauf an, mit was man spielt. Also das ist immer noch das, was ich früher hatte. Das passt schon ganz gut. Mäcki. Ach nee. Ich dachte, Mäcki Messer ist es. Man sollte diesen Eisvogel mit seinen eigenen Klingen aufschlitzen und seine Leiche als Warnung für alle Feinde Euboyas aufhängen. So. Nämlich. Doch. Agapius, sag es ihr. Als wir jung waren, taten wir so, als wäre ich das Rotkehlchen und mein Bruder der Eisvogel. Er macht da nichts. Aber er starb. Er sollte tot sein. Ich habe ihn betrauert und er richtete ihm ein Kram. Bitte, sag mir, dass er keiner von ihnen ist. Ich flehe dich an. Sag, dass mein Bruder keiner der Messer ist. Du hast das doch gelesen. Dein Bruder hat vermutlich etwas damit zu tun, Agapius. Wenn er der Eisvogel ist, arbeitet er für die Messer. Nein, das ist nicht der Junge, den ich kannte. Er beschützte mich, rettete mich. Wer der Eisvogel auch ist, er ist nicht mein Bruder. Als dein Bruder starb, saßt du, saßt du da seine Leiche? Es gab keine Leiche. Das ist dann ganz viel schwierig, ne? Kein Wort, nichts. Nach dem Tod meines Herrn war Pater nicht mehr so robust wie früher. Mein Bruder brachte uns durch. Spiel, glaube ich, gar nicht mit dem Schlachthof. Er fischte jeden Tag. Nee, das stimmt. Das stimmt. Dein Bruder kann nicht immer der Eisvogel gewesen sein. Hauptsache, man hat den Spaten gekriegt, dann läuft er schon. Sein Name war Neritos. Er war älter als ich. Mhm. Mhm. Und machte auch mir Ärger. Er kämpfte und er stahl. Aber er kümmerte sich um mich. Das braucht man hin. Ah, ich hab den Kicker drin, weil ich den halt witzig finde. Und er ist nützlich, wenn du Leute von der Klippe stoßen möchtest. Um die Ehre meines Bruders zu retten und die Messe aufzuhalten. Euboja, stünde in deiner Schuld. Mehr als jetzt schon. Der Archon ist ein sehr reicher Mann. Du würdest großzügig belohnt werden. Ich helfe dir, Agapes. Na klar. Aber sei auf das Schlimmste vorbereitet. Die Beweise sehen nicht gut aus für deinen Bruder. Eisvögel sind hier sehr verbreitet. Der Name bedeutet nicht, dass mein Bruder der Schuldige ist. Ich kenne einen Bauern, der mit dem inneren Kreis der Messer zu tun hat. Wenn einer das wahre Gesicht des Eisvogels kennt, dann er. Okay, der kennt einen, der mit dem zu tun hat. Aber ich sollte die Sachen klauen. Das ist doch dumm. Vor der Südküste Olbojas liegt das Wrack eines Schiffs. Und das Theater in der Stadt Kalki hat die Lücken der Messer verbreitet. Da spart man sich doch das Kämpfen, weil dann sind die halt tot. Ich glaube, dafür ist der Kick auch da. Eine Sklavin, der ich traue, wartet am Tempel über den Ruinen von Eritrea. Sie kann dir mehr dazu sagen. Du sagtest, du kennst einen Bauern, der mit den Messern zu tun hat. Ich könnte Informationen aus ihm rausprügeln. Ah, nein, nein, nein. Er ist kein Freund von Ihnen. Ihr war eins ihrer Opfer. Er ist reich. Oder war es? Jedes Mal, wenn ein Mitglied der Messe ein paar Drachen gebraucht hat, haben sie ihn besucht. Dann kennt er vielleicht die Identität des Eisvogels. Und kann meinem Bruder entlasten. Du sprachst von einem Theater? Das Theater in der Stadt Kalkis ist eine mächtigere Waffe, als du glaubst. Das ist alles hier ein ganz großes Theater. Da brauchst du eigentlich nur ein Bett. Ich weiß für das Erste genug. Das reicht schon. Der Eisvogel. Was, wenn es doch dein Bruder ist? Wenn er der Hintermann der Messer ist? Das ist er nicht. Komm zu mir zurück, wenn du mir erfahren hast. Ja. Oh, mir Request natürlich angenommen. Natürlich habe ich mir Request angenommen. Sarah Schlachtruf. Ich wollte ihn... Oder ring das Chaos? Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Ich glaube, ich probiere den... Ich wollte den auch mal ausprobieren. Aber ich weiß nicht, ist der so gut? Keine Ahnung. Ich probiere das einfach aus. Aber gegen was? Gegen das da? Atemzartinisieren mache ich sowieso nicht so oft. Achso, warte. Ich muss ja gucken, wo ich hin muss. Ah, da hin, da hin, da hin. Okay. Na dann. Ja, durch das Selbstsein ist man ja nahezu unsterblich. Und ich glaube, solange man nicht... Also ich spiele ja auch im New Game Plus, solange man nicht Gegner hat, die ein zu hohes Level haben, sind die meisten auch ein bisschen lächerlich. Ja, 20 Prozent, ne? Oder zumindest am Anfang. Hallo? Doch. Aber wir können hier nicht rumsitzen und uns das antun lassen, Idia, unseren Kindern. Glaubst du, ich würde nicht an ihr Wohlergehen denken? Tja, jedenfalls benimmst du dich nicht so. Du wagst es. Das stimmt. Es reicht, ihr zwei. Für wen hältst du dich? Die Söldnerin hat recht. Beruhige dich. Es ist schlecht für... Rede, Fremde. Agapius schickt mich. Er will die Unschuld seines Bruders beweisen und die Messer zerstören. Sein Bruder? Meritus? Ist er nicht... Ich angehne dir für deinen Vorlohn. Wir haben schon genug Probleme. Sag mir, was ihr wisst. Ich schlag dir was vor. Töte einen Mann für mich. Hilf mir. Dann erzähle ich dir vom Hauptquartier der Messer. Was soll das? Kein Blut vergießen. Rede nur mit dem Mann. Erinnere ihn an sein Ehrenwort zu Zahlen. Na klar. Ich kümmere mich um euer Problem. Es gibt da so einen Mann von den Messern. Er bat uns um Hilfe bei der Verbreitung ihrer Absichten. Die Messer sind uns egal, aber wir brauchten zusätzliche Einnahmen. Er wollte von uns, dass wir und die Kinder die Botschaft der Messer im Theater und auf der Straße verbreiten. Das Theater scheint ja auch richtig zu boomen hier. Ein ganz normales Geschäft. Bis keine Drachen mehr reinkamen. Er zahlt nicht mehr und hat gedroht, unseren Kindern etwas anzutun, wenn wir nicht weitermachen. Ich hatte vor, ihn selbst zu töten, aber Idia... Wir können doch nicht einfach so morden, Praxilios. So sind wir nicht. Er wohnt in dem großen Haus im Zentrum der Stadt. Töte ihn und wir werden dich bezahlen. Hör dich nur an. Das Wort schneidet schärfer als tausend Messer. Wir sind keine Wilden. Ich will den Kindern nicht so ein fürchterliches Vorbild sein. Aber der Schwert tötet halt auch, ne? Ich kümmere mich um ihn. Vergesst nur nicht zu bezahlen. Wenn du sonst noch etwas brauchst oder vergisst, wo du den Mann findest, dann frag uns einfach. Ich habe auch schon eine gute Ausrede. Der Vogel kann es auch auf 150 Meter sehen. Das ist, glaube ich, Vorbild für die krassesten Drohnen, die es heute noch nicht gibt. Drohnen. Drohnen, die müssen Adler einsetzen. Hallo? Also ich sage mal so, ich habe es mit Verlust versucht, es hat nicht funktioniert. Naja, machst du halt nichts. Erstmal wegtreten. Doof jetzt. Also ich sage, ich habe also ich wollte, aber hat nicht. und der ist einfach umgefallen. Soll ich der jetzt machen? Naja, gut. Ich sage mal so. Ich habe mein Bestes getan, das diplomatisch zu lösen. Hat nicht funktioniert. Ein Mann, der seine Familie schützen wollte. Leider hat er sich mit den Falschen eingelassen. Die sind doch schon reingeschaltet. Delfine mit Tropedes beschießen. Delfine sind es nett. Ja. Naja, ob die zu nett sind, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn sie wollen, dann haben wir ein Problem. Und ich glaube, untereinander sind wir sind Lelfine auch nicht so mega nett. Ja. Ja. Wir werden deine kostbaren Kinder finden. Die bringen uns gutes Geld ein. Lass sie sofort gehen. Ich lasse sie gehen, wenn ich sie zurechtgeschnitten habe. Alaka. Die Messer wissen deine Einmischung ganz und gar nicht zu schätzen. Dann solltet ihr mal Lackes mir aus dem Weg gehen. Ich bin ein Mann, der Dramen mag. Also lass es uns etwas interessanter machen. Du, Söldnerin, scheinst auch eine... Ich glaube, es kommt auf den Delfin drauf an. Aber ich... Also wir als Menschen haben gegen ein Delfin auch schon keine Chance. Als du entscheiden, wie dieses kleine Stück ausgeht. Mit eurem Tod. Kommt zur Sache. Weil die können Dinge... Da sind wir... tot. Können mit ihrer Schwanzspitze schlagen. Die können mit ihrer Nase rammen. Und wenn die uns rammen, dann war es das für uns. Also an Land sind wir denen überlegen. Liegt aber auch daran, dass die keine Beine haben. verblutet, bevor du bei mir bist. Und ein Parkido schwerer sind als wir. Ja, du. Es macht viel mehr Spaß, wenn einer lebt, um den anderen Bluten zu sehen. Also, wer soll leben? Also ich würde beim Delfin auch nicht versuchen, wegzuschwimmen. Ich würde auch nicht beim Bären oder beim Wolf versuchen, wegzurennen. schafft man ja nicht. Dann auf jeden Fall. So sieht es nämlich aus hier. Warum hätte ich jetzt nicht einfach... Das verstehe ich nicht. Na komm, wenn wir es jetzt schon haben, nutzen wir es auch. Der Battle Eagle ist auch wieder am Start. Geh weg. Geh weg. Dass ihr diesen Fall so weitestellt bei Bären und Wölfen. Na, bei Wölfen nicht wegrennen. Wölfe werden dir nichts tun. Nur zu. Ja, du sollst... Wenn du weißt, dass die eh da sind, sollst du dich ja eher ein bisschen... Also, du sollst schon laut reden, aber du sollst nicht aggressiv wirken, weil dann werden die sich verteidigen wollen. Aber generell wird ein Wolf dir wahrscheinlich eher weniger was tun. Hat er ja keinen Grund für. Ich glaube, wir sind dem Wolf so scheißegal, weil wir auch nicht in sein Beuteschema fallen, selbst wenn er ein Rudel ist. Ja, ich glaube, eine 100% Chance hast du, wenn du einfach ganz ruhig mit denen redest, laut bist, aber halt nicht aggressiv. Einfach sagst, jo, ich bin hier. Du brauchst dich nicht erschrecken. Ein Bär wird auch erst immer so einen Mocking, 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 Angriff machen. Der wird auf dich zurennen und der wird vor, der wird, ich sag mal, zu 90% wird der vorher abbrechen. Das macht der nur, um dir zu zeigen, ey, verpiss dich jetzt. Es gibt ja auch so dieses Sprichwort, beim Schwarzbären kannst du zurückkämpfen, weil die sind meistens nicht groß und wenn du den anderen auf die Nase gibst, hauen sie ab. Beim Braunbären sollst du dich hinlegen und dich klein machen und beim Eisbären bist du halt einfach tot. Ein Eisbär, wenn der will, dann bringt der dich halt einfach um. Also macht ein Braunbär auch, aber Eisbären sind ja ein bisschen gefährlicher. Hallo. Ich stehe neben dir. Ich muss mit deinem Mann sprechen. Ach, vergiss ihn. Ich brauche deine Hilfe. Ist das so? Holst du mir was zu trinken? Die Sklaven sind beschäftigt und ich habe Durst? Ich? Nein. Der Wein steht gleich neben dir. Sag mir, wo ich deinen Mann finden kann. Wir Menschen sind relativ safe, was das angeht, glaube ich. Wenn ich so darüber nachdenke, ich habe ihn seit Tagen nicht gesehen. Viele Tage. Wochen? Oh nein. Vielleicht stecke ich Wenn du selber einen Hund hast und mit dem Hund in Wolfsterritorium gehst, dann hast du vielleicht ein Problem. Du musst eine Menge getrunken haben, wenn du nicht merkst, dass dein Ehemann fort ist. Ja, mal ganz unter uns. Wenn man genug Wein in Dus hat, mag man eh nichts mehr. Dein Mann hat doch sicher Feinde oder so etwas. Jemand, der profitieren würde, wenn er verschwindet. Die Messer. Wenn du reich bist, sind das deine Feinde. Einer, der hier das Sagen hat, kommt mit seinen verfluchten Messerfreunden immer wieder her. Sie fordern erfundene Steuern und verprügeln ihn, wenn er nicht zahlt. Wirst du ihn finden? Findest du meinen Mann? Klar. Keine Sorge. Ich finde ihn. Hab Dank. Und kann ich dir sonst noch irgendwas sagen? Hast du eine Ahnung, wo ich dein Hund bin? Ich habe auch eine Hündin. Er hat auf der Straße östlich von hier nach Wegen gesucht. Ich glaube, wenn die angeleint sind, ist es relativ ungefährlich. Das kommt immer darauf an, wie gut du deinen Hund unter Kontrolle hast. Also würde ich in so ein Territorium nicht reingehen, weil das halt, ich sage mal, eine spezielle Rasse ist. bis die Luft rein ist. Du musst mir alles sagen, was du über die Messer weißt. Messer? Das sind so süße, kleine Minischwerter. Ach was, nein. Die Messer, die du gerade erwähnt hast. Süße, kleine Minischwerter, ja. Das sind einfach irgendwelche Männer. Gierig. Größenwahnsinnig. Wenn ich esse, trage ich auch immer Schwertkämpfe aus. Hm. Ja. Ja. Also gegen ein Wolf hätte mein Hund vielleicht noch eine Chance, wenn es ein Rudel ist, problematisch. Ich muss leider an die Leine halten. Sie ist eine weiße Schäferhinde, ist ja auch so gefährlich. Die macht nicht immer was, wenn sie tritt. Aber Schäferhund ist Schäferhund so, ne? Ich hab halt glücklicherweise einen Hund. Also so ist die ganz lieb. Aber sie knurrt fremde Menschen immer an. Also die wirkt auch, sie wirkt sehr aggressiv, ist aber nicht aggressiv. Ähm. Aber die mag halt keine, also sie mag keine fremden Hunde. Schwierig, weil sie ist halt ist ein recht, äh, also ich hab eine Akita. Und die sind ja recht dominant. Also auch die Weidchen. Und die wollen auch andere Hunde einfach unterdrücken. Achso, der liegt da auf dem Boden. Was ist hier passiert? Wachen. Korrupte Wachen. Sie haben Steuern verlangt. Sie verlangen immer Steuern. Sie brachten meinen Herrn zur Festung Dystos. Das ist eh so eine Rasse. Wenn die keinen Bock hat, was zu machen, macht sie es auch nicht. Der hätte zahlen sollen. Zum Glück hat er lang genug überlebt, um mir das zu sagen. Jetzt muss ich da hin. Das ist super toll. Na klar, laufen wir einfach hin. Die Quest, die fühlt mich weiter, als ich es gedacht hätte. Ich wollte da nur irgendwas machen. Und jetzt mache ich noch mehr irgendwas. Hm. Akita. Also Akita Inu, das ist die japanische Rasse. Es gibt noch eine amerikanische Rasse. Sind, äh, die japanische Spitze, wenn man das jetzt hört, denkt man so an den deutschen Spitzern. Die sind klein, aber das sind recht, also die sind recht groß. Also Männchen werden, boah, ich glaube bis 70 Zentimeter, nee, Moment, oder? Doch, bis 70 Zentimeter und so 50, 60 Kilo schwer. Und Weibchen, ich kann scheiß erzählen, werden, glaube ich, bis 64 und so 30, 40 Kilo schwer. Sind halt recht eigensinnige Hunde, sage ich mal. Das muss der Bauer sein. Er wurde eingesperrt. Und ist schon nicht klein, ja. Also ich glaube, meine Hunde, also die wechselt auch nicht weiter, die ist 63 Zentimeter. Ziemlich groß. Irgendwo da drin müsste ihr Ehemann sein. Oh. Scheiße, ich wollte nicht pfeifen. Das ist ihm auch egal. Auch gut. Die ist auch noch jung, die ist noch nicht ganz zwei Jahre alt. Hallo. Ich bin das auch. Du gibst dir, boah, warte. Nee. Halt, stopp jetzt. Lass mich hier runter. Jetzt bleibt doch mal stehen, Junge. Jetzt möchte ich mal hinterherlaufen. Hier wird nicht alarmiert. Toll. Komm, du doch. So. Alarm. Alarm. Oh. Jetzt ist es natürlich ein bisschen belastend, dass alle hier oben sind. irgendwie. Wenn jetzt einer hier Alarm machen will, der will alarm. Der will alarmieren. Der wird nicht alarmiert. Bin ich nicht in Ordnung. hier wird nichts geleuchtet. Hier wird nichts gefeuert. Hör auf damit. Ich wollte euch eigentlich, also ich wollte euch jetzt auch nichts tun, aber oder selbst schuld. Nein. Gibst du nicht. Hör ich da schon wieder was, was ich nicht hören will. Na, meine wird zwei im Februar. Nee, nee, nee. So nicht. So. Gut. Ja gut. Es tut mir jetzt auch ein bisschen leid, aber ich habe nicht angefangen. So, ciao. Tschüss. Ach, zwei mit einem Kick? Nice. Nein. Das ist nicht witzig. Na doch, irgendwie schon. Nee, irgendwie lernen sie es nicht. Ich verstehe ich auch nicht. Ach du Scheiße. Bist du krass? Na, du bist level 60, na, du bist nicht so krass. Dann ist es okay. War mal dein Shield. Finde ich scheiße. Muss erst mal weg hier. Komm mal mit. Ich möchte dir da mal gerne was... Kommst du jetzt her? Ich möchte dir gerne was zeigen. Ja, es ist irgendwie nicht funktioniert. Hm. Warum kann ich den nicht herunterstoßen? Rech? Jetzt. Hm. Das ist natürlich jetzt enttäuschend. Ich wollte doch zeigen, wie man es kriegt. Aber der Berg möchte das nicht erleben. Jetzt kommt da noch einer. Glaubst du, Zack? So. Geht auch nicht. Sag mal, was ist denn hier los? Ist ja wohl eine absolute Frechheit hier. Die stehen halt drunter. Auch gut. So, aber warum kann ich dich eigentlich nicht? Komm mal her. Also ich muss das jetzt nochmal probieren. Hm. Da ist irgendwas. Das läuft da ganz falsch. Bis dahin geht schon mal. Oh. So. Hm. So, tschüss. Das war jetzt ein bisschen enttäuschend hier. Naja. Ja, irgendwie schon. War gut. Ich bin ein bisschen enttäuscht eigentlich, dass das nicht funktioniert hat. Na gut. So, wo ist der Dude? Ach, der ist abgehauen. Und jetzt muss ich den... Na dann. Der ist... Der ist von hier abgehauen. Bis da unten hin. Und jetzt soll ich ihn noch reskortieren. Na nö, ist klar. Es wäre aber witzig gewesen. Jetzt bin ich enttäuscht. Aber ein bisschen... Auch ein bisschen traurig. Naja. Machst halt nix, ne? Na, der ist doch hier unten. Ist doch alles cool. Ja, aber wenn du's hast, kannst du spielen. Ich muss so viel wie möglich über die Messer erfahren. Sie sind so ehrgeizig und gierig ohnegleichen. Sie sind wie Piraten, nur organisiert, vermögend und mit guten Verbindungen. Womöglich gibt es mehr Hintermänner als nur den Eisvogel. Also, ich hab so noch aufs Ding. Das ist blöd. Leider ja. Leider passieren Sachen, das stimmt. So, jetzt hab ich hier noch das. Okay. Ja, der zweite war nicht so geil. Also, der erste war schon... Ich verstehe eigentlich auch nicht, warum der verboten ist. Weil so... Klar, ein bisschen brutale Szenen gab's schon. Aber... In dem Spiel ist das jetzt nicht weniger brutal. Aber da werden sich kluge Menschen kluge Sachen denken. Oder auch nicht. Ach, ich hätt doch nicht runtergehen sollen. Scheiße. Warte mal, ich muss hier doch wieder runter. Tschüss, Pferd. Danke. Ja, komm, hopp, hopp. Ja, aber es kommt immer drauf an, gegen wen Brutalität geht. Weil es dagegen außerirdisch ist, ist es... Also, egal, ist es nicht so schlimm. Wenn es gegen Menschen geht, ist es immer was anderes. Ich bin hier das einzige Alphatier. Das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Achso, ich bin doch gar nicht in der Nähe. Ich will das Alphatier nicht töten. Die Bären... Keine Ahnung, wir können hier rumbären. Mir ist egal. Wenn kluge Menschen wichtige Sachen entscheiden, ist das dann mal richtig und wichtig. Gehe ich von aus. Achso, ich bin auf der falschen Seite. Na, egal. Hat Agapius dich geschickt? Ja. Wurdest du verfolgt? Nein. Von wem? Ist dir wirklich niemand gefolgt? Nicht so klug. Hey, hey, hey. Alle, die hier was zu sagen haben, in solchen Sachen sind klug. Und zwar mit Doppel-K. KLU-KK nämlich. Wer würde hier irgendwas anzweifeln, was die jemals entscheiden? Ja, wohl niemand. Aber das ist ja mit CK. Das ist ja was anderes als mit KK, weißt du? Wenn es den Messern wichtig ist, ist es auch wichtig für uns. Ich habe zum Glück nicht mit 3K gesagt. Das könnte auch falsch überkommen. Ich sah sie dorthin rudern. Sie tauchen und kommen nicht wieder hoch. Wenn doch, sind sie halb ertrunken und verängstigt. Sie werden gezwungen, wieder um wieder zu tauchen. Aber wobei, das ist schon wichtig. Wenn du keine KK hast, dann ist es auch blöd. Und höre nicht auf, bis sie es haben. Wie wurdest du in diese Geschichte verwickelt? Es war das Schiff meines Herren, das das Schiff der Messer angriff. Doch er und viele seiner Männer verloren im Kampf erleben. Kann man auch machen. Was immer es ist, ich hole es. Danke. Musst du noch irgendwas wissen, bevor du gehst? Wo genau ist das Schiffswrack? Wir sind ja auch sehr nah an Affen dran. Also es gibt ja... Es gibt ja gewisse Gewandtschaftsgrade mit anderen Klimaten. Oh, ich könnte dir viel über Agapius erzählen. Aber ich erzähle dir das Einzige, das zählt. Er ist ein guter Mann. Vertrauen ist das Wichtigste für ihn. Mara, komm mal her. Ey, die liegt bestimmt wieder auf der Couch. Ich muss jetzt Roundhouse-Kicks verteilen. Okay. Vielen Dank. Und es trennt von viel, nicht viel. Mein Rücken ist eh kaputt, von daher kann ich mir die nicht zehren, also. Hat das geflunkert? Das hat mir Roundhouse-Kicks. Dafür bist du zu unsportlich. Nein, ich glaube, wenn ich einen Roundhouse-Kick versuchen würde, würden sich meine Nerven im Rücken bedanken. Ist von großem Interesse für die Messer. Wenn du es besorgen kannst, ist mein Herr nicht umsonst gestorben. Triff mich danach in Eritrea. Wäldnerin, hier drüben. Mal gucken, wer das draußen ist. Mal gucken. Hm. immer vom versunkenen schiff der messer wo ist es da ist es das schiff ist der ein ist egal einfach wunderschön ja die frage ist wie es einem danach geht ach mit mir das muss es sein was die messer suchen ich muss zur frau in eritria oder da gibt es welche branche das wäre also meine branche wenn ich jetzt noch arbeiten würde aber das will auch nicht jeder machen glaube ich autofahrer gar nichts mit meinem buch zu tun die ruinen sind eine stete erinnerung ich hätte gerne nur noch mal drücken schmerzen stopp jetzt los das ist immer die mutter produktion doch weitermachen und nicht nur die autos weil alles dann automatisch läuft weil wir auch dafür eigentlich leute weg hier was bleibt da liegen ist ja gut ja gut produktionsland deutschland ist natürlich schwierig ne was wirst du tun wenn die messer besiegt so nee war der typische obs abfuck ob es brauchte pause ist die aufnahme halt im arsch was mich immer auch hier kommt kriegsgeld das sollte für den anfang reichen hab dank söldnerin ich werde nie vergessen was du aber jetzt finden das so lustig ich hab 20 jährlich das ist natürlich schwierig ne das ist dann natürlich eine schwierige sache ich verstehe nicht warum die das ganze spiel nicht einfach in griechisch gemacht haben die sprechen ja auch griechisch im hintergrund dass wir verschiedene formen und ausbildungen haben damit man den arbeitsmarkt noch gut und einfach gut nach der stellen findet ja sehr übertrieben es kommt immer auf die branche drauf an glaube ich und was gut bezahlt ist die messer haben ihr lager auf skyros sie scheinen ein ritual beim tempel das achilleus zu planen was hast du über meinen bruder erfahren lebt er ist er der eisvogel es tut mir leid agapius ich sage jetzt einfach ja er ist der eisvogel er steht hinter den messern er wird das hat sich ständig nur ärger eingehandelt ein tempel für achilleus auf skyros sagst du agapius ich glaube ich glaube wache wache dieser mann verdiente sich seine freiheit vor langer zeit dank dir wurde das wahre gesicht der messer enthüllt der boya hat eine chance zu überleben du hast dir deine belohnung verdient obwohl ich fürchte dass es nicht reichen wird na das stimmt schon nicht immer aber auch da es kommt ein bisschen auf die branche drauf an hilf mir hilf oi boya guck mal ich sehe was ich tun kann gut gut ich führe einen kleinen trupp zum schmugglerhafen auf skyros triff mich dort und wir werden die messer gemeinsam verschlagen mhm lecker am besten ist du bist seit 20 und hast die arbeitserfahrung von jemanden der 40 ist und 20 jahre in dem beruf gearbeitet hat und du willst halt wenig geld das ist immer am besten warte zwei Kilometer weg wo ey die haben die insel falsch geschrieben da muss das s weg und anstatt ein k kommt ein g hin auch die software können aber auch nicht ich habe es irgendwie hunger genau 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 ja 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 eine gute idee wir springen einfach ins feuer rein gar kein problem finde ich eine gute idee 18 fertig mit kfz-mechaniker antworten 20 jahre in derselben firma gearbeitet immer pünktlich nie krank aber tatsache es zählt nicht aber was bringt dir das bwl studium ja auch nix aber es ist halt lieber sie das theoretische können als praktisches wissen das ist halt einfach so ist halt ein bisschen dumm aber da kann man nichts machen was ist denn hier jetzt los scheiße da ist wenn du das geld seiner eltern ausgibt anstatt verstehe ich schon warum man danach fragt naja aber das ist ja letztlich auch so das ding von 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 was oder von wem lebt die firma das ist natürlich immer so ein da gehört immer mehr dazu aber ohne die leute die halt arbeiten und weil die bringen der firma ja letztlich das geld da können leute im büro sitzen und was weiß ich so viel sie wollen aber wenn sie die arbeiter nicht haben dann passiert dann gar nichts wir brauchen dich jetzt mehr denn je bitte hilf uns den messern den rest zu geben bin dabei wenn die informationen die du beschafft hast richtig sind wartet am tempel nicht nur der eisvogel sondern die ganze führungsriege der messer alle mensch der ganze besteckkasten ist da geil agapius wird nicht wollen dass ein bruder zu schlafen ich liebe agapius aber oiboya steht an erster stelle wenn das alles vorbei ist werde ich dafür sorgen dass deine belohnung zu deinem schiff gebracht wird oiboya dank dir für deine dienste lösnerin die messer wissen dass wir hier sind wir müssen uns beeilen also mein beruf gibt es nicht genug fachkräfte mag eine öffentliche meinung liegen über den beruf aber natürlich den vorteil wenn ich denn arbeiten könnte momentan ich könnte mir aussuchen wo ich arbeiten will wo ist der ach da hinten im schmied der schmiedet sich gerade was äh pflege ich hoffe agapius hat keine dummheiten gemacht ich bin gelernter alten pflege und da gibt es nicht genug fachkräfte warum muss ich jetzt anonym sein ich bin auf den kex angriff 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 ja eisbegehrt würde ich es jetzt nicht nennen weil viele wollen in dem beruf nicht arbeiten also es kommt immer darauf an auf dem krankenhaus also es kommt darauf an da wo es leichter ist nach dem auf den auf den auf den So, kann ich jetzt bitte wieder anonym werden? Ja. Ich hab's mir gedacht, aber... Ein schnippischer Kommentar muss ein. Aber unterbezahlt. Die Familie ist alles, was zählt. Ja. Ja. Niemand muss hier sterben. Hör zu. Bruder. Bitte. Du warst ein Sklave, Bruder. Aber die Welt ist meine Sklavin. Ihre Wunder. Ihr Wein. Ihre Bewohner. Wir könnten gemeinsam herrschen. Wir waren immer dazu bestimmt zu fliegen, Rotkehlchen. Agapius! Du kannst dem Eisvogel nicht trauen. Denk an das, was er unserem Volk angetan hat. Denk an die Leben, die er zerstört hat. Er ist mein Bruder. Ich kann ihn retten. Ich weiß, ich... Ich kann ihn retten. Bitte, mein Herr, Söldnerin. Es gibt keinen Grund für Gewalt. Orden bräuchte ich nicht. Weil man entscheidet sich ja selbst, sowas zu machen. Aber, ja, besser bezahlt ja schön. Oder angemessen bezahlt. Besser bezahlt ist immer die Frage, wie viel du brauchst, ne? Wochenende habe ich die letzten sechs Jahre im Altenheim Hausmeister gemacht. Das kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich glaube, die vier... Wie viel? Fünf? Vier, fünf Jahre. Hat für meinen Rücken jetzt nicht so gut. Ich glaube, die haben das so ein bisschen beschleunigt, das Ganze. Aber, ähm... Du hast halt ja mehr zu tun, als das, was... Sag ich mal, so die Außenwelt weiß, was du machst. Also du hast ja eigentlich mehr Jobs als nur einen. Du kennst ihn besser als jeder andere. Als wir uns trafen, sagtest du, ich könnte dir trauen. Danke, dass du mir traust. Neue macht das schon, ne? Das Zusammenspringen. Bruder, erinnerst du dich an unsere Jugend, als wir durch die Straßen von Kalkis lief? Vater hinter uns her. Er konnte keine Vögel fangen. Also wurden wir zu Vögeln. Das Rotkehlchen und der Eisvogel. Die können wir wieder sein. Ja. Das ist quasi Batman und Robin eigentlich, ne? Oh. Wir können fliegen. Krass. Dann flieg, Rotkehlchen. Flieg. Nein! Er hat da mal seine Flüge gespreadet. Naja. Ich glaub doch. Oh, ey, wo hab ich denn gehauen? Ah, ich liebe diesen Kick einfach. Aber gut, er konnte auch nicht fliegen. Was macht ihr beiden Hübschen hier? Ja. Der ist ein 2 gegen 1. Die schaffen das. Oder auch nicht. Ich hab's dir gesagt. Oh, dann kann ich mal gleich hier stehlen, ne? Ich geh grad'n Kick. Das will ich aber nur theoretisch. Nein, ich sag'n, das ist, das ist, das ist hier Meta. Alle wegtreten. Agapius, mein ältester Freund. Ich hätte dich nie gehen lassen dürfen. Warum ließ ich dich gehen? Du hast Agapius ein großes Geschenk gemacht. Dafür liebe ich den Tritt halt einfach, ne? Da passt der thematisch auch ganz gut zusammen. Schere, Bruder. Ja, schöner Ausblick. Also irgendwie haben die da auch was falsch gemacht. Ich glaub, ich muss denen mal zeigen. Also jetzt sind sie eh tot. Jetzt ist es egal. Aber ich hätte denen mal zeigen, so wie man das macht. Das geht eigentlich ganz einfach. Man springt hier einfach runter. Und überlebt. Das ist eigentlich ja ganz simpel. Naja. Was bist du für ein Level? Oh, 62. Das kriegen wir hin. Oh Gott. A la Killerhuhn. Oh Gott, zwei Killerhühner. Jetzt ist es schwierig. Muss man auch mal realistisch sehen hier. Schäler sind prinzipiell scheiße. Aua. Ey, hör auf damit. Ich will das immer blocken. Du trittst mich? Ich trete dich. Ich kann das nicht blocken. So. Warum steht der da einfach nur so rum? Das ist ein Erfenperverser. Ey, warum steht der da einfach nur? Das ist mir sehr suspekt. Das Ganze. Achso. Warum will ich das immer blocken? Ach nee, schon wieder Killerhühner. Warum greifen die Hühner mich eigentlich an? Genau. Erstmal aufs Huhn. Das ist auch der wichtige Endgegner hier. Muss man auch wissen. Hühner sind immer gefährlich. Wenn hier einer tritt, bin ich das. Hast du das gehört? Verstanden. Gehört unverstanden, hoffe ich. So eine absolute Frechheit. Jetzt kommt doch noch ein Hund. Also irgendwie. Schwierig. Wissen die meisten halt nicht. Das ist das Problem. Eigentlich bin ich ja gegen den Hund gar nichts machen. Ich will das ja einsammeln und bin weg. Ich will das einsammeln und bin weg, habe ich gesagt. Beule. Beule. Die Drachenhäutige. Das war doch jemand, oder nicht? Vielleicht nicht binär, wer weiß das schon. So. Achso. Ah, das ist okay. Verstehe. Legali habe ich mir dabei. Blöd jetzt. Okay, gucken wir mal kurz. Quests. Ich habe, glaube ich, immer noch nicht die Nacht. Ist immer noch nicht der nächste Abend. Dann möchte ich nur ein paar nehmen. Wo geht es denn als nächstes hin? Hier habe ich was. Harte Lektion. Hier habe ich drei. Hier habe ich auch drei. Boah, hier unten will ich nicht hin. Bin ganz ehrlich. Das ist mir... Ne. Too much. Auf jeden Fall für heute. Bin ich hier in einem Kampf? Ne. Gut, dann kann ich jetzt schnellereise machen. Da. Aber wenn man das auf die Art und Weise spielt, schon alle Schnellreisepunkte hat. Man spielt es auch sehr durcheinander. Weil man glücklicherweise nicht darauf angewiesen ist, erstmal da hinzufahren und alles zu entdecken, sondern man kann halt einfach eine Schnellreise machen. Man kann mehr spielen. Oder auch nicht. Je nachdem, was einem halt wichtig ist. Mal Zeit für andere Dinge. So, wenn ich... Warte mal. Ach stimmt, warte. Ich kann noch hier einen Kultisten ent... 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 äh... nicht schlagen müssen. Ihr würdet kein kleines Mädchen schlagen. Aber wir finden sich... komm nie wieder hier hin. Okay. Ich lasse es einfach. Die sieht original so aus wie die komische... wie die komische... wie das Kind mit dem Ton. Niemand hört mich an. Sie sagen, er sei weggelaufen. Aber er würde mich nie allein lassen. Niemals. Er weiß, ich hasse es, allein zu sein. Wie auch immer, zuletzt wurde er in dieser Schule gesehen. Ich wette, sie hat irgendwas mit seinem Verschwinden zu tun. Bitte, kannst du mir helfen und herausfinden, was mit ihm passiert ist? Ich gehe der Sache nach. Du bist netter, als du aussiehst. Danke. Danke mir nicht zu früh. Meine Hilfe ist nicht billig. Was? Du würdest von einem Kind Geld verlangen? Klar. Ich unterscheide nicht. Söldner, Puck. Ich habe ein paar Drachmen. Doch jetzt musst du herausfinden, was passiert ist. Aber hau mich bitte nicht übers Ohr. Ich glaube, der Gymnast könnte etwas über sein Verschwinden wissen. Aber schön, die Lüfter dabei festhalten. Er heißt nämlich, er könne eine Chimäre mit seinen bloßen Händen besiegen. Na klar. Oder hieß es, er sieht aus wie eine Chimäre bloß mit Händen? Jedenfalls solltest du lieber keinen Streit mit ihm suchen. Ich suche keinen Streit. Meistens sucht Streit nach mir. Ja, dann. Warum üben so viele Athleten an dieser Schule? Du hast noch nie davon gehört? Wegen dieser Schule ist Tassos so bekannt. Sie wurde von Theogenes gegründet, dem berühmten Olympioniten. Mein Bruder und viele andere kommen hierher, weil sie hoffen, der nächste Olympiasieger zu werden. Dein Bruder muss schon ziemlich lange fort sein. Wochen. Es ist Wochen her. Er würde mich nie so lange allein lassen. Stimmt, die Olympischen Spiele gab es da auch noch, ne? Und Abenteuern erzählt. Er sagte immer, dass er mich zur stolzesten Schwester in der ganzen griechischen Welt macht. Ja, du musst dir ja nur abhängen vom Mainboard. Dann kannst du mal was du willst. Ich finde heraus, was mit ihm geschah. Bitte beeil dich. Lüfter sauber machen ist immer das Nervigste. Plus Radiatoren, die sind halt auch scheiße. Hallo, ich möchte mich anmelden. Ich möchte jetzt auch in dieser Schule. Ich mache alle kaputt. Ja, das stimmt. Nö. Ich nicht. Ich habe deinen Namen noch nie zuvor gehört. Dann musst du ziemlich taub sein. Ich habe auch etwas anderes gehört. Vor allem, dass deine Schüler dazu neigen zu verschwinden. Verschwinden? Unsinn. Meine Schüler sind Sieger. Das stimmt, kann ich mir. Ich bin ständig in Abenteuer. Unter meinen Fittichen steigen sie empor wie ein heißblütiger Pegasus. Erinnerst du dich an einen Schüler namens Solon? Glaubst du, du kannst einfach so in meine Schule stürmen und Antworten von mir verlangen wie ein vorlauter Sklave? Ja. Schon. Dann wirst du bald wie einer ausgeweidet. Nicht, wenn ich dir die Augen vorherausschneide. So, also jetzt reicht es mir langsam. Freundchen. Ich habe fast sowas wie Angst. Warum stellen wir nicht unser Können auf die Probe? Ich will meine Zeit und mein Können nicht an einen Niemand wie dich vergeuden. Das klingt nach einem Rückzieher. So kriegst du mich auch nicht rum. Warte, du kommst mir bekannt vor. Ich erkenne dich. Ach, Alien Boy. Du hast gewonnen, ich bin mir ganz sicher. Ich bin eine Olympiasiegerin? Also ich jetzt nicht, aber sie? Ja, okay. Natürlich bin ich eine Olympiasiegerin. Eine Mehrfachen sogar. Den müsste ich mir selber angucken. Er ist bestimmt bei mindestens 3000. Nicht verlieren. Hingabe. Ihr gebt euer Geld hin zu mir. Jeder kann ein Sieger sein. Doch es erfordert harte Arbeit und wahre Hingabe für seine Leidenschaft. Genau das sage ich auch immer. Kann ich dem nicht zeigen? Zeigt er das hier auch an? Ich bin mir nicht sicher. Er will mir die Schau stehlen und fordert mich, den großen Euthymos, heraus. Nimmt der große Euthymos die Herausforderung? Das ist natürlich belastend. Oder hat er zu viel Angst? Dann nicht. Oh, oh, oh. Miss dich zuerst mit meinen Schülern. Dann sehen wir, ob du so stark bist, wie du behauptest. Ich muss gucken. Wie ist mein Geld? Okay, ich muss mich jetzt mal schauen. Also jetzt interessiert mich das. Also hier steht 2044, was ich nicht weiß, ob das stimmen kann. Aber das Spiel sagt das. Wenn das Spiel das sagt, dann wird das stimmen. Die Zeit stimmt zumindest. Mir fehlen zwei. Mir fehlen welche. Einer bestimmt. Hier steht aber, hier steht was anderes. Also irgendwie ist das alles sehr weird, was hier steht. Mal sehen, was deine Schüler draufhaben. Sei vorsichtig. Aber ich hab's halt einmal durchgespielt, aber jetzt auch nicht unmäßig viel getötet. Sie finden nicht, dass der letzte Halbstarke zu pflegen. Sag nicht zu hart zu. Die Söldnerin können weinen. Hier kommt jetzt noch einer. Ich könnte auch mit der Facke kämpfen. Oh ja, auch nicht schlecht. Mehr hast du nicht drauf? Das ist das Maul. Das ist das Maul. Wie? Wie? Genau. auch schon mal gesagt einzige day tritt bin ich damit ist gemerkt nicht schlecht selbst meine besten schüler können sich nicht mit ihr messen das ist so ihr scheißegal wenn du dich traust tritt wie ein echter krieger auf unserem kampfplatz gegen mich an ich pass auch auf dass ich nicht zu viele knochen breche für seine eigene knochen brechen hat den nach mich herauszufordern den großen in meiner schule das ist eine letzte chance in den du einfach weg ist langsam fertig wir werden sehen aus welchem holz du geschnitzt bist wir kämpfen wie echte krieger fang erstmal mit dem tritt an ich eigentlich auch ohne waffen kämpfen als die waffen einfach ich kann die nur wechseln ich kann nicht ohne waffen kämpfen und das finde ich doch ich würde es gerne ohne waffen gegen ihn kämpfen einfach weil er so eine große fresse hat hättest du vielleicht deine mutter kämpfen lassen sollen seid ihr mit euer geben warum kämpfen jetzt eigentlich noch ihr großer lehrmeister ist doch schon so besiegt ich glaube ich wollte mich verklickern dass sie raus möchte ich glaube er wurde von seiner mutter schon genug gedemütigt so großer und den namen schon vergessen ich kann nichts dafür ein gefallener meister kann uns nichts beibringen einige von uns wollen in deine fußstapfen treten söldnerin können wir mitkommen klar ich könnte ein paar gute krieger brauchen alle mit habt ihr gehört wir werden echte krieger schön du gewinnst du bist würdig ich sage dir was ich weiß der unterhalt einer solchen schule ist kostet was weiß er denn überhaupt wir erhalten eine menge drachmen von einem reichen gönner er kommt dann und wann stinkt nach wein und wird meist von zwielichtigen männern ich schätze sie kommen nicht um die sportstätten zu bewundern sie interessieren sich für die besten athleten jene die außerordentliches geschick und können beweisen sie sehen sie sich genau an Solon haben sie sich sehr genau angesehen nehme ich an Solon er war einer meiner besten athleten bald nachdem die männer hier waren kam er nicht mehr zur schule und doch tust du nichts selbst wenn du ganz genau weißt dass etwas nicht stimmt dieser mann hat mächtige verbündete und vier ich wollte etwas tun ich stellte fragen doch mir wurde gesagt dass ich zu meinem eigenen wohl und dem der schüler schweigen soll so ungern ich es zugebe ich bin machtlos am besten bleibt ihr hier und haltet euch von ihnen fern ich kümmere mich darum es tut mir leid dass ich keine große hilfe bin habe ich mir schon gedacht wie kannst du mit ansehen wie deine schüler entführt werden und das alles für drachen wie bist du hier reingekommen durch die tür männer wie du sind das letzte man kann euch nicht trauen man kann niemandem mehr trauen dann werde ich eben meinen Bruder retten dein Bruder bald sei es ich was habe ich getan nix ich glaube das ist auch das Problem genau wie meine Belohnung warum bin ich jetzt hier wo muss ich hin hm äh 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 hab ich nicht eine neue Quest bekommen ach jetzt stehen wir hier so rum ne schon schon also schon schön hier du tschüss ähm hm wer ist denn da jetzt auch nein jetzt ist doch jemand da hallo ähm finde ich wir nur aber sehen uns die Tage von Abend noch danke fürs Dasein danke natürlich für den Follow ich wünsche dir noch einen schönen Abend äh und nicht das kommt auch noch so viel äh und nicht zu hart Luftdruck hochreiniger drücken ne warum sind jetzt zwei hier oh jetzt kommt mal so ein kack viel jetzt bin ich nicht tot toll ich dachte doch nicht schlieder geh weg er ist ne Banane hier so jetzt werde ich der Gegner schon mal weg jetzt kommt da noch ein Löwe an na klar außen off kommt er einfach hingesprungen na sicher ist klar Löwe schmöwe sag ich immer da muss ich wahr sein ist an Lächerlichkeit ja wieder nichts zu überbieten ich wollte eigentlich ja auch nur wissen war da nicht nur eine neue Quest irgendwas mit Schüler aber anscheinend ja nicht also hier ist auch nichts mehr ja dann habe ich die Quest wohl beendet super das finde ich ja auch Spitzenklasse ähm hier habe ich vier hier habe ich drei habe ich irgendwo eine ne ne doch hier habe ich eine in Kotz irgendwie würde ich gerne ein bisschen eine andere sagen immer neben Mission ist auch scheiße was ist das hier jetzt einfach hier weiter ist mir egal weil irgendwie das also der Tag vergeht irgendwie auch nicht aber ich gehe vorher auf Toilette bin ich ganz ehrlich muss auch sein muss irgendwie versuchen ob ich die Aufnahme nochmal gerettet kriege weil das wäre ärgerlich naja werden wir sehen bis gleich ich bin gerade echt noch überlegen was ich mir zu essen mache ob ich mir Nudeln mache oder was anderes dauert aber eine Stunde gar keinen Bock drauf war mir zu lang habe ich hier einen Hafen hier ist ein Hafen weil natürlich mache ich heute nicht einkaufen ich bin schon Rang 6 guck mal da ist nur noch einer vor mir hier sind ganz viele noch unentdeckt ne bin ich ja gerade am überlegen ob ich hier Styropor einfach töte kann ja auch nichts der Boy ne dann mache ich das doch das ist aber gar kein Problem oh Styropor weg und schon ist das Ding gegessen naja aber das war man dieses Gebete da kommt man doch gar nicht rein da musst du noch irgendwas machen für oder nicht meine ich hey girls ne warte ich muss hier hin macht mich ganz wuschig wenn ihr rum steht weil ich mal es ist noch das und ich glaube dann war es das vorher auch es war wieder genug fünfmal Stunden ist ja noch nicht so lange aber es reicht glaube ich wenn sie mich noch mit Mara rausgehen und überlegen ob ich mir was zu essen mache ob ich mir Nudeln koche oder nicht raus damit dein Speer wie hast du ihn Mutter sagte die Spartaner hätten ihn von der Schlacht bei den Thermopylen zurückgebracht warum ihn ihr zurückbringen Leonidas war ihr Vater unglaublich der Speer schenkt dir Visionen und dann will er dich führen die eine Welt zeigen mehr noch er hilft mir in der Schlacht wie genau ich kann es kaum beschreiben es ist als kenne ich die nächste Aktion meines Gegners schon bevor sie passiert ja hilft auch nicht immer so ist er ach Helois die alte Flitzpiebe ist das der Ort mit den Ruinen einer alten Zivilisation von dem du gesprochen hast oh ja das ist er such nach einem großen Tor ist der draußen oder ist der irgendwo drinnen ich bin mir nicht so sicher ehrlich gesagt ich bin auch weit weg egal komm komm mal geh mal ran was ist das hier interagent ach hier habe ich so ein Ding auch was das sind nur Kopfgelder oder was Kopfgeld für eine Söldnerin verbrennte Männer und gebrochene Schädel ich werde jetzt erstmal die Insel müssen absuchen ob ich Styropor ja so lange werde ich auch nicht mehr machen glaube ich mich mal gucken ich muss auf jeden Fall Mara raus ich muss noch mir irgendwas zu essen machen und vielleicht bin ich bis ich fertig bin auch mit mir selber eigentlich was ich mir zu essen machen möchte Schau mal Styropor ich komme ich habe weder Pizza noch Döner hier also Kombination ist halt nicht machbar ich könnte mir Nudeln machen ich könnte mir Reis machen oder ich mache mir aber was ist das so Kassler mäßig im Blätterteig aber das dauert halt eine Stunde ich habe halt nichts also ich habe Reis ich habe zu dem Reis halt nichts außer Soße weil like everyday I'm not was einkaufen ich habe keinen Bock heute ja aber das braucht halt eine Stunde bis es fertig ist das ist ja in so einem Blätterteig Ding das muss so ein Ofen das muss dann braten und backen und die Zedraup da ist er da ist Styropor da ist das die Bucht von niemandem da ist er den meinte ich komm her niemand niemanden Aua ey was soll'n das mit was hat er mich getroffen er trifft mich neben dem Wasser ja so verrückt hier oder was guck mal ich krieg den Tipp bevor ich brauche das nenn ich Service oh Bisschen. Ich glaube das ist ein Wookie. Ich habe keine Pfeile mehr, Scheiße. 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 Ich habe keine Pfeile mehr. Hey. Ich bin ausgewichen. Also ich wollte zumindest. Ich habe keine Pfeile mehr, Scheiße. 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 ich glaube so sauer und vergiftet sieht hat irgendwie gar nichts ab aber die kämpfe finde ich ganz cool das andere für atem es waren ja diese mystischen mythischen mystischen mythischen bestien dass er hier ein bisschen was anderes ich will nur den drecks auge treffen leider bringt das nicht so viel wie man es gerne hätte es war vergiftet aber auch er nicht wir hätten auch über alles reden können aber du wolltest nicht ich muss mir neue feile machen glaube ich auch um sich ein bogen von dem aber es ist kein schlichter bogen könnte besser sein dass er den ich habe möglicherweise gucken wir nach ich muss erst mal feide herstellen ich habe hier noch irgendwas nicht entdeckt anscheinend nein ich habe das schlug holz so eine scheife das ist der bogen des pares wenn ich den natürlich auf stufe 60 anhebe ist der natürlich auch krass aber macht ja nichts so und dann gucken wir die bucht von niemandem und jetzt gehen wir dahin ich glaube da komme ich noch nicht rein oder ich habe glaube ich sehr lange gesucht sich da reinkommen ich habe es am anfang nicht gefunden was kriegen wir hin mittlerweile ist es halt auch zu spät einkaufen zu gehen hat er alles zu der lauf blüht noch ein puma noch ein puma ach du scheiße nie gerade brüchkei mich dann jetzt möchte ich etwas töten Das machen wir mal. So, bei mir. Klopfen. Wer ist da? Zeig dich! Mit Zögern bringst du dich nur schneller. Ins Grab. Ich weiß, Martha. Du wirst immer besser. Und dein Wille ist stark. Doch du handelst nicht. Das wollte ich ja. Ich weiß. Aber es sind die Augenblicke dazwischen, die entscheidend sind. Du bist dran. Leonidas Speer. Du bist jetzt alt genug. Der Speer meines Vaters bringt eine Würde mit sich, aber... du bist bereit. Ich hab was gespürt. Ja? Der Speer ist voller Magie. Wie? Er entstammt einer Dynastie der Macht. Eine Linie von bedeutenden Helden desselben Blutes, das in deinen und meinen Adeln fließt. In unserer Familie. In uns allen? Denk an Leonidas. Er hatte sehr viel Mut. Und er hat ein großes Opfer gebracht. Sein Blut ist dein Blut. Und auch seine Kraft. Mein Blut bleibt schöner, wo es ist. Wir sind immer noch bestimmte Dinge um uns herum wahrzunehmen. Das ist die Gabe unserer Familie. Aber das kann nicht jeder verstehen. Manche erkennen die Macht, die wir in uns tragen und wollen sie nur für sich. Sie werden versuchen, sie uns zu nehmen. Das lasse ich nicht zu. Ich weiß. Du bist eine Kriegerin. Wenn wir weitergehen, immer weitergehen, sind wir unbesiegbar. Dein Sturm zieht auf. Dann sollten wir jetzt vielleicht weitergehen. Hässliche Lache. Martha. Ich habe dich nicht vergessen. Was passiert hier nochmal? Ich habe es vergessen. Ist auf jeden Fall ganz schön dunkel. Jetzt wäre der Tipp gut. Ach nee, hier kann man den... Kann man den Speer? Hm. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen. Wie ist sowas überhaupt möglich? Das bringt halt absolut gar nichts. Boah, irgendwas brauche ich doch, oder? Um den zu verbessern. Gar nicht. Ich will irgendwas mitmachen. Oh, 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 oh. Hier raus, zack. Ich könnte schon mal üben. Als Fackelträgerin. Ach, wir können den komplett reparieren, oder? Dann ist das wieder ein ganzer Speer? Ach, ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach. Oh. Ach, irgendwas kannst du machen mit dem Speer, was weiß ich. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Neuübertragung. Kontakt aufgenommen. Ja, ja. Das, was sowas angeht, auf jeden Fall. Schmiede aktiviert, geil. Jetzt wird losgeschmiedet. Oh. Ja. In Valhalla juckt niemand dieser Stab. Mal so als Spoiler. Mal so als Spoiler. Und ich ruhe dich aus, bevor du zu Kassandra zurückgehst. Dafür ist keine Zeit. Absterro ist uns vielleicht schon auf den Fersen. Und der Rest von uns ist auf sie vorbereitet. Wenn du dich hier übernimmst, ist unsere Mission beendet. Ich dachte, du könntest Patienten aufmuntern. Vergiss nicht, wir sind ein Team. Wir halten dir den Rücken frei, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Ich weiß. Kirschi hat gestern das Loft gesichert und hält die Augen offen. Elena steht bereit für historische Recherchen. Und sprich mit mir, falls du nach einem Animus-Aufenthalt verwirrt bist. Ganz die Therapeutin. Ich bin nicht danach verwirrt, ich bin währenddessen verwirrt. So, Frau Doktor, wie fühlst du dich jetzt, wo der Stab zum Greifen nahe ist? Ich glaube, dass dieser Stab wichtig ist. Aber Templer und Assassinen haben schon früher Edenstäbe gefunden. Nikolai Tesla hat einen in Russland gesprengt, wenn ich mich recht entsinne. Das ist was anderes. Wenn es stimmt, was ich in Ägypten sah, kontrolliert dieser Stab nicht den Verstand, sondern die Physik. Stell dir vor, wir könnten die Regeln des Universums umschreiben. Der Speer, den du gefunden hast, ist hier und er macht gar nichts. Der Speer gehört zu einer Blutlinie. Leonidas, Kassandra und Dimos. Ich meine Alexios. Sie hatten eine spezielle Verbindung zu ihm. Bist du denn sicher, dass du den Hermes-Stab benutzen kannst? Nein, aber wenn die Templer ihn kriegen, suchen sie so lange, bis sie jemanden finden, der es kann. Und, was hältst du von meinem neuen Animus? Du meinst, unserem neuen Animus? Das ist Abstergo Equipment. Dessen Innenleben ich bis ins kleinste Detail modifiziert habe. Es ist ein Prototyp der Brayman-Version mit optimierten Ein- und Ausgabemöglichkeiten. Ultraportabel mit mehr Rechenpower als die NASA und CERN zusammen. Na klar. Ich mach kurz Pause. Schade, dass wir keinen Zugang mehr zum Fitnessraum haben, oder? Die Mitgliedschaft ist zu teuer. Hm. Ja, natürlich. Gut. Da würd ich immer mal sagen, ist das doch eigentlich ein sehr guter Punkt, um für heute Schluss zu machen. Ein paar Nebenmissionen haben wir gemacht. Ein paar viele sind noch offen. Äh, Hauptquests sind wir gar nicht weitergekommen. Ich weiß nicht, wie viele noch übrig sind. Also, ich glaube, es sind noch mehr Nebenmissionen übrig, als die ich gemacht habe. Und ich war sechs Stunden damit beschäftigt, heute Nebenquests zu machen. Ähm. Also geh ich davon aus, beim nächsten Mal geht's weiter mit Nebenquests, bevor ich... Oder mach ich dann Hauptstory? Ich bin noch nicht sicher, wie ich das mache. Keine Ahnung. Vielleicht mach ich mal ein bisschen Hauptstory weiter. Äh, und irgendwann dann Nebenquests und sowas. Oh, gucken. Einfach mal schauen. Einfach auch mal gucken. Einfach mal guckt und so. Ähm. Ähm. Ja, hier gibt's jetzt viel... Zum angucken. Ja, hier kann ich mit sehr viel interagieren. Ich kann sehr viel lesen. Es ist unglaublich, ne? Also, du kannst hier alles lesen. 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 Hier kann ich was angucken. Anhören. Ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also, keine Ahnung. Naja. Weiter geht's. Beim nächsten Mal. Vermutlich morgen. Dann gucken wir mal, ob mir OBS wieder abstürzt. Jetzt hatte ich das wieder öfter. Ich hab das jetzt auch schon ganz lange gar nicht gehabt. Jetzt zweimal miteinander. Ärgerlich. Bitte, bitte. Danke fürs Dasein. Und nochmal danke natürlich für den Follow. Und wie see us, äh, I think tomorrow. Und dann gucken wir, welche, äh, welche Kassandra-Abenteuer weiter erleben. Genau. So machen wir das. Ja, ich muss jetzt mal gucken, welche wir machen, ne? Ich glaube, ich werde aber das machen, was ein bisschen länger dauert. Da hab ich irgendwie Bock drauf. Da ich mir keine Kartoffeln und keinen Quark gekauft hab. Ja. Hier ist mit dem Hund raus. Bereite alles vor. Und dann hören wir uns. Ich sag eine wunderschöne Nacht. Auf Wiedersehen. Tja. Au.